Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Robert Beetz. Einen kräftigen Applaus für Robert Beetz, Damen und Herren. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ich da sein darf und für die Einladung. Ich freue mich, euch in zwei Teilen einige Dinge nahezulegen, von denen ich hoffe, dass ihr sie mitnehmen könnt in euer Leben und in eurem Körper, in eurem Herzen. Es geht um das ganze große Thema Mensch sein, erfolgreich sein, nicht erfolgreich sein. Natürlich, was hier in den großen Rahmen Beruf und Berufung hineinpasst. Ganz kurz zu mir, aber wenig, weil wir machen jetzt erstmal einen Abschnitt mit 50 Minuten. Am Ende der 50 Minuten eine kleine Übung, nach innen gehen. Dann machen wir Pause und dann geht es mehr in medias res. Und in der zweiten Hälfte biete ich euch unter anderem neben der Vertiefung des Vortrags noch eine sehr schöne Tiefenmeditation an. Weil das sehr wichtig ist. Viele wissen schon, dass wir das, was im Außen zeigt und Außen fängt beim physischen Körper an. Was den Ereignissen und Zuständen zeigt in unseren Partnerschaften, in unserem Körper, in unseren Firmen. All das ist erstmal im Innen entstanden. Und ich spreche heute unter anderem von einem Körper, den ich Ihnen nahelege. Nicht nur von diesem physischen, sondern von einem wesentlicheren Körper. Von einem sogenannten feinstofflichen Körper, der ungefähr 50 bis 60 Zentimeter um uns herum ist. Der durch diesen Körper durchgeht und der sehr viele Energiequalitäten enthält. Unterschiedliche Energien, die dafür sorgen, dass das, was im Außen geschieht, gelingt oder nicht gelingt. Dass Gesundheit oder Krankheit, Fülle oder Mangel in unserem Leben auftauchen. Und wenn wir über diesen feinstofflichen Körper, Feinstoff ist das fünfte Element, neben den vier bekannten Elementen Erde, Luft, Wasser und Feuer. Man nennt es feinstofflich auch den Äther. Und jeder braucht kein Studium zu machen, um Experte über den Zustand seines feinstofflichen Körpers zu werden. Und ihn A. kennenzulernen, B. wahrzunehmen, zu spüren und ihn zu verändern. Wenn wir das wissen, bekommen wir unser, nicht in den Griff, unser Leben, werden wir bewusster Gestalter. und Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit von A bis Z. Denn das haben wir nicht mitbekommen, wieder ich noch einer von uns. Unsere Eltern hatten keine Betriebsanleitung für ein glückliches, erfolgreiches Leben. Ich darf mal fragen, wer von euch hatte eine glückliche Mutter in der Kindheit? Bitte mal aufzeigen, eine glückliche Mutter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, keine zehn, von siebenhundert. Wer hat einen glücklichen Vater? Mehr glückliche Väter zu bieten? Auch nicht mehr mehr. Und das zeigt, sie konnten uns keinen Weg zeigen, wie wir ein glücklicher Mensch werden. Denn Kinder lernen durch Vorbild und registrieren schon im ersten Lebensjahr, ob Vater glücklich ist oder Mutter glücklich ist. Und sie reagieren darauf. Das heißt, Eltern können bis heute ihre Kinder nicht glücklicher machen, als sie selber sind. Und das ist etwas sehr Wichtiges, was nachher auch für die Firmen, für die Arbeitsplätze zutrifft. Ganz kurz zu mir. Ich bin selbst auch lange Zeit, über 40 Jahre, ein sehr unbewusster Mensch gewesen, der mit seinem Vater und mit seiner Mutter in höchstem Maße verstrickt war, wie jeder von uns auch. Ich spreche da später darüber und lange in der Wirtschaft gearbeitet habe, über 20 Jahre. Mit 17 habe ich die Wirtschaft lieben gelernt. Warum? Nach frustrierenden Jahren im Tagesgymnasium fing ich dann in Industriekaufwand anzulernen, bei einem großen 5000-Mann-Betrieb. Und das hat mir sofort Spaß gemacht, weil da konnte ich meine Talente hineinbringen und erfahren, du kannst was. Und andere sagen, Mensch, das hast du gut gemacht. Das ist toll. Ich gebe dir noch mehr Verantwortung. Kannst du machen. Wenn man so einen zweiten Lehrling mit einer tiefen Stimme wie heute dann am Telefon 500 Tonnen Stahl verkauft, dann war ich ja. Das macht einfach Freude. Und habe mich dann über ein Psychologiestudium, am Abendkind war es ein Psychologiestudium, nach Hamburg geführt. Ich habe gemerkt im Nachhinein, dass meine Berufung, das heißt mein Berufsweg, immer abwechslend der Richtung meiner Mutter, meines Vaters entsprach. Meine Mutter war so katholische Sozialarbeiterin, Menschen helfen, retten wollen und so weiter. Und mein Vater war Industriekaufmann, das habe ich immer gewechselt. Ich bin dann in die Psychologie gegangen, um Menschen zu helfen. Mein Psychologe wird man nur, wenn man ein oder andere Klatsche hat. Auf Deutsch gesagt, wenn man, ja, ich meine, positiv gesagt, warum kümmert man sich zwölf Stunden am Tag um Menschen, das Heil anderer Menschen, wenn man nicht selber davon sehr betroffen ist. Das ist die Voraussetzung. Alle Helferberufe, alle die hier sind, Therapeuten, Krankenschwester, Ärzte, etc. Wette ich mit euch, dass ihr mindestens einen Menschen in der Kindheit hattet, Vater oder Mutter oder beide, denen es nicht gut ging, denen du helfen wolltest. Das ist einer der großen Berufsmotive für die meisten Helferberufe. Und nach meinem Studium, nach sechs Jahren, dass ich mich sehr gut wirklich abgeschlossen habe, hatte ich das Gefühl, ich kann mit diesen Methoden Menschen wirklich nicht helfen. Und habe auf meinen Bauch gehört und bin wieder in die Wirtschaft gegangen und habe das getan, was ich gerne konnte, wo ich merkte, da bewegt sich etwas, natürlich auch Bestätigung, Lob, Anerkennung und auch materielles Geld, gutes Gehalt, wollte ich verdienen. Und das hat mich geführt und heute weiß ich, dass jede Station, wie auch jede Station von eurem beruflichen Werdegang absolut sinnvoll war, seinen Wert, seine Berechtigung hatte. Und ich frage gleich, hast du alle Stationen deines beruflichen Werdeganges gewürdigt? Bist du damit im Frieden? Bist du dankbar für die verschiedenen Phasen, sowohl im Privaten, was Beziehungen angeht, als auch für die Stationen deines beruflichen Werdeganges? Denn das, was wurde, die Vergangenheit, möchte gewürdigt werden. Gerehrt, wertgeschätzt, man kann auch sagen gesegnet. Wenn das nicht der Fall ist, dann holte ich diese Vergangenheit wieder ein. Und so bin ich erst mal wieder in die Wirtschaft, habe nachher, wie ich schon sagte, neun Jahre bin ich im Industrieunternehmen gewesen, habe dort Marketing gemacht, mit großer Freude, richtig reingeklotzt, richtig junge Menschen wollen sich zeigen. Und bin da neun Jahre gewesen, bis 42. Und mit ab 40 ca. kam bei mir die Krise, die bei den meisten Menschen kommt. Der eine hat Beziehungskrise, der andere körperlich, der andere psychische. Bei mir waren es nächtliche Panikattacken, die mich nicht haben schlafen lassen, sondern klatschnass aufgewacht. Panik in Verbindung mit Ohnmacht, in Verbindung mit dem Gefühl von Minderwertigkeit erlebt. Und keiner meiner Kollegen konnte mir helfen. Und das wird bis heute nicht gelehrt. Das möchte ich euch heute nahelegen, auch in der Praxis, in der Meditation später. Wir gehen mit Gefühlen um. Denn Gefühle, Emotionen spielen insbesondere in der Wirtschaft eine riesige Rolle. Besonders da, wo sich etwas stört. Da, wo etwas nicht gelingt. Das ganz Wichtigste ist, kompetent werden im Umgang mit Gefühlen. Auf YouTube findet ihr eine Reihe von meinen YouTube Filmen, auch zur Wirtschaft. Einer heißt, wer führen will, darf fühlen lernen. Und umgehen lernen, professionell mit Gefühlen. Gefühle können wir heute verwandeln. Später mehr dazu. Jedenfalls bin ich dann ohne Ergebnis aus meinen Einzeltherapien rausgekommen, gemerkt, die können mir nicht helfen. Und das war für mich der Impuls, segensreiche Impuls zum Umstieg. Nicht zum Ausstieg, sondern zum Umstieg. Und das empfehle ich allen, die von Erschöpfung und Burnout oder Sinnlosigkeit, dem Gefühl der Lehre betroffen sind, Abstand zu holen, Abstand zu bekommen. Von dem, was sie bisher gemacht haben. Viele reduzieren gerade auf 70, 80 Prozent ihrer Tätigkeit. Holen sie einen freien Freitag, damit Zeit und Raum entsteht für uns selbst, die wir uns ja nicht genommen haben. Und so ist in den Jahren zwischen 42 und 48 hatte ich Jahre mit viel Zeit für mich. Ich bin nach München gegangen und habe dann gemerkt, auch in Meditationsgruppen gekommen, ein bisschen in die Reinkarnationstherapie geschnuppert und merkte, das kann ich ja schon alles, was ich da oder das kenne ich. Konnte also anknüpfen daran. Und das war meine innere Führung. Das heißt, ich habe nie einen Plan gehabt, keine Strategie gehabt, mir keine Ziele gesetzt, bis heute nicht. Und trotzdem ist der Erfolg da. Ich halte von Ziele setzen herzlich wenig. Warum? Das ist meine ganz persönliche Wahl. Jeder kann sich Ziele setzen, du kannst auch die Ziele erreichen. Aber die Frage ist, was ist am Ende das Ziel? Welchen Zustand hast du dann erreicht? Mein Herz sagt, Ziele kommen aus dem Kopf, aus dem Verstand und der Verstand hat keine Ahnung, wo du hin willst. Der Verstand ist voller unwahrer Gedanken, verurteilender Gedanken und der Verstand ist getrieben von Angst. Dieses Herz hier, dieser feinstoffelige Körper, der besteht aus vier verschiedenen Energien, die wir unterschiedlich betrachten, wahrnehmen können und beeinflussen können. Das sind erstens unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, mentale Energien. Diese Gedanken schicken wir raus jeden Tag in die Welt. Du bist Schöpfer, ob du es sein willst oder nicht. Du schickst jeden Tag eine Menge, Menge Gedanken, Experten sagen 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag in die Welt hinaus. Und diese Gedanken gehen auf Kreisläufe, kommen zu dir zurück. Je nach ihrer Qualität offenbaren sich vor dir in deinem Körper und vor dir in deinem Leben als erlebte Lebenswirklichkeit. Entweder Zustände des Mangels oder der Fülle. Diese Gedanken erschaffen etwas. Diese Gedanken zusammen mit deinen Worten und Handlungen schickst du in die Welt. Das sind deine drei Schöpfungsinstrumente, Gedanken, Worte und Handlungen. Und all das kommt zu dir zurück. Jede deiner Schöpfungen kehrt zu seinem Schöpfer zurück. Das heißt, alles was du gesät hast, auch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Monaten, kommst du dir zurück und möchte deine Wahrnehmung und deine Annahme. Wenn du irgendetwas verändern willst, gibt es zwei ersten Schritte. Erstmal wahrnehmen, was ist da, sowohl im Außen als auch besonders in deinem Inneren. Und zweitens annehmen dessen, was da ist, was du beobachtest und was du wahrnimmst. Denn alles was du wahrnimmst, was auftaucht, auch in deiner Ehe, in deinem Körper, in deiner Firma, hat seinen Sinn und seine Berechtigung und sei es noch so schmerzhaft oder mit Leid verbunden. Neben den mentalen Energien erschaffen diese mentalen Energien Gefühle, Emotionen. Das ist die zweite große Gruppe, die du wahrnehmen kannst in dir, Gefühle, Emotionen. Und zu diesen Emotionen haben wir ein sehr brüchiges Verhältnis, denn niemand bekam eine Betriebsanleitung im Umgang mit Emotionen. Später mehr zu der Geschichte. Die dritte Ebene, die wir wahrnehmen können, sind die Empfindungen unseres physisch feinstofflichen Körpers. Also Gedanken, Emotionen, Empfindungen. Empfindungen nennen wir im Deutschen auch gewöhnlich Gefühle, aber ich unterscheide es sehr. Es sind die Empfindungen des Körpers wie Enge, Druck, Schwere, Leere, Unruhe, Schwindel, Übelkeit, Schmerz als die größte Empfindung. Und diese Empfindungen wollen von uns wahrgenommen werden. Auch das sind unsere Schöpfungen. Dieser Körper spricht also jeden Tag zu dir, jede Minute durch die Empfindung. Unsere Seele, unsere Psyche spricht jede Minute zu dir durch Emotionen. Hochschwingende wie Freude, Leichtigkeit, Frieden, Niederschwingende wie Unfrieden, Ärger, Wut, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht, Ohnmacht, Einsamkeit und einige andere. Und die vierte Ebene ist die wichtigste Ebene und über die wurden wir auch nicht informiert. Das ist die Herzebene, das ist die spirituelle Ebene. Das heißt, jeder Mensch hat ein Herz in der Mitte seiner Brust, das kein Chirurg finden kann, das unser eigentliches Zentrum ist und unser Führer sein will. Dieses Herz möchte dich führen in ein absolut glückliches Leben. Dieses Herz ist Zentrum und Experte für Freude, für Liebe und Zentrum deines gesamten inneren Wissens und deiner Weisheit. Auf dieses Herz haben wir aber lange nicht gehört. Wir haben es früh verschlossen in der Kindheit und die Geschichte ist wichtig, um heute Menschen in Partnerschaft oder Unternehmen zu verstehen. Wir haben heute eine aufregende Zeit, viele wissen darum, wir befinden uns in den aufregendsten Jahren der Menschheit seit vielen zigtausend Jahren. Diese Jahre hier, 12, 13, 14, 15, 16 sind größte Umbruchjahre. Was wird umgebrochen, was ändert sich, was wandelt sich? Zunächst mal das menschliche Bewusstsein. Das heißt, wir schauen morgen mit neuen Augen auf diese Welt. Nicht mehr mit den Augen des unbewussten normalen Menschen, sondern mit den Augen des Herzens. Dass die anders schauen und die verstehen. Die hinter die Fassade schauen. Hinter die Fassade eines wütenden Menschen. Hinter die Fassade eines dich verlassenen Partners. Und hinter deine eigene Fassade. Bevor wir auf dieses Herz hören können und uns seiner Führung anvertrauen können, gilt es dahin zu schauen, was wir über dieses Herz gelegt haben. Wie das kam, dass wir heute nicht mehr auf das Herz hören. Dazu ganz kurz eine Geschichte, die jeder von uns mitgemacht hat in der Kindheit. Ich nenne sie die Vertreibung aus dem Paradies der unschuldigen Kindheit. Als Kind warst du ein offenherziges Wesen. Du kamst direkt aus der Liebe. Und das ist die Aufgabe dieser Transformationszeit. Sie will uns erinnern, wer wir wirklich sind, wozu wir hier sind. Sie will uns wieder erinnern an den Ursinn von Menschsein, von Frausein, von Mannsein, von Sexualität, von Geld, von Arbeit, von Wirtschaft. Mein Herz sagt, wir kamen hier auf die Erde, um die Liebe auf die Erde zu bringen. Das haben wir lange vergessen. Hier ist keiner strafversetzt, sondern kam jeder freiwillig. Viele empfinden sich wie strafversetzt und denken, das Leben sei ein zu ertragenes, ein irgendwie zu bewältigendes. Das ist verständlich aus der Sicht des normalen Menschen, der eben in der Kindheit erzogen wird. Dieses Kind spürt, und bitte versetz dich, wenn du Mutter oder Vater bist, zurück in deine eigene Kindheit. Dieses Kind spürt, ich brauche etwas. Neben physischer Nahrung brauche ich eine andere Nahrung. Und das ist eine feinstoffliche Nahrung. Das ist Aufmerksamkeit. Jedes Kind möchte angeschaut, angesprochen werden, angefasst werden, möchte wichtig genommen werden, möchte gesehen werden, möchte Kontakt haben. Das ist Nahrung. Bekommt ein Kind, das nicht in den ersten Jahren stirbt ist. Nur physische Nahrung allein hält dich nicht aufrecht. Diese Kinder, jeder von uns hat gemerkt, unsere Eltern, die selber eben keine Anleitung für ein glückliches Leben bekamen, die selber einen Mangel hatten an positiver Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Liebe, Beachtung, Bestätigung, konnten uns dieser Nahrung Aufmerksamkeit nur in einem bestimmten, sehr begrenzten Maße geben und sie banden sie an Erwartungen, an die Erfüllung von Bedingungen. Und erinnere dich nur mal, erst wenn du so bist, erst wenn du leiser bist, erst wenn du braver bist, fleißiger wirst, stiller wirst, unauffälliger, pflegeleichter wirst, etc. Dann bekommst du ein bisschen vielleicht Lob, ein Lächeln oder die Akzeptanz, dass du da sein darfst. Aber kaum einer hat hier gehört von seinen Eltern in der Kindheit, Mädchen, Junge, ich sag dir, du bist einfach ein wunderbares Wesen und ich liebe dich, so wie du bist. Und schon keiner hat gehört, Mädchen, Junge, hör auf dein Herz. Ja, hör nicht auf uns, sondern hör auf dein Herz. Mach das, was dein Herz sagt, denn wir, deine Eltern können nicht wissen, was für dich das Richtige ist. Das haben wir nicht gehört. Und so haben wir versucht, ein Maximum dieser Aufmerksamkeit zu bekommen durch vielerlei Strategien. Ich nenne sie Aufmerksamkeitsstrategien. Und dazu gehörten bei den meisten das Bravheitsliebnetz-sauber-Programm. Bravliebnetz-sauber, das war unsere Strategie. Das heißt eben nicht das zu zeigen und zu tun und zu sein, was wir, was unser Herz, des spielerischen, kreativen, noch freien, sich selbstliebenden, keinen verurteilenden Kindes wollte, sondern wir haben gemerkt, wenn ich diese Aufmerksamkeit, Klammer auf, Liebe, Bestätigung, Wertschätzung, Anerkennung etc., Klammer zu, bekommen möchte, dann muss ich dafür was tun. Ich muss mich verstellen. Ich muss anders werden. Die Aufforderung der Welt, und das ist keine Elternschelte, alle Eltern haben ihr Bestes gegeben und ihnen gebührt großer Dank und Wertschätzung. Sie haben uns nicht nur das Leben geschenkt, sie haben ihr Bestes gegeben und getan. Und dafür dürfen wir unseren Eltern dankbar sein. Und wer das bis heute noch nicht ist, der hat noch eine Energieblockade, die darf gelöst werden und auch die hängt sehr mit beruflichem Erfolg zusammen, die ich später nochmal ausführen werde. Die andere Aufmerksamkeitsstrategie war Leistung, ranklotzen, gute Noten in Sport oder in der Schule oder auch Musik. Da bekommst du Punkte, da bekommst du Aufmerksamkeit, positive Art. Manche waren so pflegeleicht, dass sie übersehen wurden. Viele von euch, wer kann sich noch erinnern der Kindheit an das Gefühl, ich werde hier nicht wirklich gesehen, bitte mal aufzeigen. Ich werde nicht wirklich wahrgenommen, eine Menge. Und das Kind, das das denkt, muss etwas tun, um wahrgenommen zu werden. Ein Teil fängt dann an und sagt, ich glaube, ich muss hier auffallen. Ich muss hier öfter nein, nein sagen. Schon bevor die Frage hat, nein. Und dann hast du auf deine geklebt gekriegt, aber das war Aufmerksamkeit. Denn ein Kind, das eine gescheuert bekommt, bekommt Aufmerksamkeit, bekommt Energie. Ein Kind, das bestraft wird, bekommt mehr Energie als ein Kind, das nicht gesehen wird. Ein Kind, das ignoriert wird. Manche Mütter, wir kennen das aus der Kindheit, dass die Mutter ein, zwei oder auf mehr Tage nicht mit dir gesprochen hat. Mutter oder Vater, bitte mal aufzeigen, wir kennen das noch. Immer noch da. Und das tut einem Kind weh. Das ist das Schmerzhafteste. Und so hat dieses Kind zwei Dinge gemacht. Einige mehr, aber zwei besondere Dinge. Das Kind musste aus diesem Rückmeldung, aus diesem Verhalten der Eltern, aus diesem Zwang, sich Aufmerksamkeit zu verdienen. Erstens schließen, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. So wie ich bin, bin ich nicht liebenswert. Denn die Botschaft der anderen heißt, werde normal, werde pflegeleicht, werde wie wir, pass dich an. Normalmeldung ist keine Beleidigung, sondern ein an die Norm angepasster Mensch, der sehr früh in den ersten zwei, drei, vier Jahren sein Herz verschloss, weil er merkte, das tut mir zu weh. Dauernd diese Rückweisung, dauernd diese Kritik, dauernd dieses, so bist du nicht in Ordnung. Das tut einem Kind weh. Also hat es gemerkt, es muss in den Kopf gehen, um strategisch gucken, was will Mama, Papa, was will die Lehrerin, was will die Kindergärten und so weiter. Ich muss mich anpassen, um hier trickreich oft sogar die Aufmerksamkeit zu bekommen. Kinder werden krank, um Aufmerksamkeit zu bekommen, denn ein krankes Kind braucht in der Regel mehr Aufmerksamkeit. Und dort kommt es auch. Ich war im Internat in Holland, wenn wir Aufmerksamkeit haben wollten, dann haben wir eine halbe Tübe Zahnpasta gefressen. Kolgate oder Kolgate, 39 bis 40 Fieber, eine Woche Krankenstation. Keine Schule. Kinder sind nicht blöd. Das war das erste. Das heißt, jeder, der hier sitzt, hat sich in den ersten vier bis sechs Jahren der Kindheit verurteilt, hat sich als nicht liebenswert deklariert. Das musste er als Rückschluss aus der Behandlung von anderen. Denn das ging am Kindergarten und an der Schule genauso weiter. Und es hat weiter gelernt, um das Überlebensnotwendige zu bekommen, um die Energie, die ich brauche zum Leben zu bekommen, muss ich etwas tun. Ich muss mir diese Energie durch Leistung und Anpassung verdienen. Das ist der größte alte Schuh, in dem die meisten Menschen heute noch gehen. Und das wirkt sich bis heute in alle Partnerschaften aus und in jede Firma aus, an jedem Arbeitsplatz. Ich behaupte, der erwachsene Mensch heute, auch der 40, 50-Jährige, geht immer noch hin und hat das Motiv, ich muss mir in der Firma Aufmerksamkeit verdienen, Lebensberechtigung, Energie bekommen. Und ich darf nicht das tun, was meinem Herzen entspricht. Und die Männer haben ihr Herz als Junge schon zwei Jahre früher verschlossen, behaupte ich. Denn für einen kleinen Jungen ist all das, was im weitesten Sinne mit Schwachsein, mit Gefühlen umgeht, mit Tränen, mit Trauer, mit Kleinheit, mit Angst etc. Geht für einen kleinen Jungen schon gar nicht. Das spricht heute nicht mehr davon, der Indianer kennt keinen Schmerz. Aber die Erziehung ist nach wie vor so, insbesondere nicht von den Eltern, kein Vorwurf, sondern von den gleichen in der Klasse. Wenn ein Junge heute im ersten, zweiten Schuljahr noch öfter mal Tränen laufen lässt, der ist für die nächsten Jahre durch. Der heißt in der Schule das Mädchen. Geht gar nicht, dem fallen die Eier weg, sozusagen. Der Unterschied zwischen Kindheit und Erwachsenen ist der, dass wir in der Kindheit tatsächlich diese Aufmerksamkeit gebrauchen. Aber in den meisten Männern, in allen Männern und Frauen gibt es heute noch dieses Kind. In diesem feinsteuerlichen Körper nimmst du deine gesamte Vergangenheit jeden Tag mit in dein Leben hinein. In deinem feinsteuerlichen Körper ist alles gespeichert, was du jemals erfahren und erlebt hast, in der Form gespeichert, wie du heute darüber denkst und fühlst. Heißt, du kannst da was verändern, aber viele haben das nicht gemacht. Heißt, betrachten bis heute ihre Vergangenheit aus den Augen des verletzten, enttäuschten, nicht sattgewordenen, nicht an Liebe sattgewordenen und oft zurückgewiesenen Kindes. Das glaubt, ich muss mir Aufmerksamkeit und Liebe verdienen. Wenn du erwachsen bist, brauchst du diese Aufmerksamkeit von anderen nicht mehr. Um zu überleben. Das heißt, Männer wie Frauen, die heute in Partnerschaften und in Firmen sind, haben bis heute nicht begriffen, dass der wichtigste, die wichtigste Bezugsperson, die wichtigste Person im Leben sie selber sind. Also wir haben keine Anleitung bekommen, wie gestalten wir ein aktives, liebendes, wertschätzendes, unterstützendes Verhältnis zu uns selbst. Wir haben ungefähr vier Beziehungen, vier Grundbeziehungen im Leben und die eine wird selten besetzt. Die wichtigste Beziehung, sage ich, ist die zu dir. Und Selbstliebe hat nichts mit Narzissmus oder Egoismus zu tun, sondern der Mensch, auch die Mutter, der Vater, der Mensch, der sich selbst liebt, ist ein Segen für alle in seinem Umfeld, insbesondere für seine eigenen Kinder. Wie ich schon gesagt habe am Anfang, wenn du dich selbst nicht liebst, spürt deine Tochter, spürt dein Sohn das, spürt dein Kollege das und muss entsprechend reagieren. Ich behaupte, die meisten Menschen laufen heute durch die Gegend und hier steht, ich liebe mich nicht. Da steht drunter, bitte hau mir eine rein. Und das tun die. Ein Mensch, der sich selbst nicht liebt, ist ein Unfriedensbringer und kann seine Kinder auch nicht anleiten, sich selbst zu lieben. Das heißt, ein Mensch, der sich im Beginn des Lebens gelernt hat zu verurteilen, sich die Liebe zu entziehen, sich wieder eine rein zu hauen. Besonders, wenn es ihm schlecht geht, wenn ein Mensch geht, wenn er verlassen wird. Spür mal rein, wie bist du damit umgegangen? Wenn es dir schlecht geht, wenn ein Mensch dich verlässt, ein Freund, ein Partner, etc. Wenn dir etwas misslingt, wie gehst du damit um? Sagst du dann, oh jetzt brauche ich besonders viel Liebe. Dann haust du noch eine rein. Dann sagst du, typisch, blöde Kuh, musste mir ja passieren. Schon allein, wenn du Schlüsselbund verlegst, irgendwo. Du hast einen wichtigen Termin und suchst deinen Schlüsselbund. Ganz banale Situation. Was machst du dann? Da rennst du rum wie ein Idiot. An derselben Stelle guckst du fünfmal und so weiter. Und sagst, ja, 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 ja. Wollte ich immer schon, ja, ist doch zu blöd. Anstatt sich hinsetzen und sagen, oh, trink mal Tessin Tee, der wird schon kommen. Das machen wir in der Regel nicht. Bitte prüfe das. Wenn es dir schlecht geht, beobachte dich, wie du denkst und umgehst. Welche Gefühle hochkommst und wie du mit den Gefühlen umgehst. Ich behaupte also, heute in Unternehmen gehen jeden Morgen Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, 500 Erwachsenen und 500 Kinder rein. Jede Firma ist auch ein Kindergarten. Schon mal gemerkt? Das ist keine Verurteilung. Sondern das meine ich buchstäblich. In jedem Arbeitsplatz. Ob in einer Klinik. Da ist die Kindergarten sogar noch ein bisschen größer. Genau. Oder in einem Unternehmen. Arbeiten sehr viele hungrige, verletzte, sich selbst nicht liebende Kinder, die dem anderen nicht die Wurst auf dem Brot gönnen. Und jetzt in dieser Zeit der Transformation. Das war ja früher auch schon so. Nur haben wir einige neue Bedingungen in den letzten Jahren gehabt. Wir haben das Thema der Beschleunigung. Wir haben das Thema der Komplexität, der Globalisierung, des zunehmenden Druckes. Heute leisten weniger Menschen mehr als vor zehn Jahren in einer Abteilung, in einer Firma. Das heißt, diese Bedingungen haben sich geändert, aber es sind nicht die Ursache. Die Bedingungen haben sich geändert, aber es ist nicht die Ursache, warum Menschen jetzt demotiviert sind, warum sie Burnout bekommen, warum sie erschöpft waren, warum sie innere Kündigungen vollziehen und sonstige Dinge. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Hier ist sehr noch das Opferbewusstsein des normalen Menschen verbreitet. Viele von euch werden denken, ja ja, die Wirtschaft ist ja so schlecht. Also diese Manager und diese Wirtschaft überhaupt. Und die sind ja schuld daran, dass es uns da unten, den Mitarbeitern nicht so gut geht. Also wir müssen das System und die Wirtschaft ganz schnell ändern. Mit dieser Haltung änderst du gar nichts. Denn das ist eine sehr verurteilende Haltung und greift viel, viel zu kurz. Ich behaupte, wir alle, die wir hier sind und in der Wirtschaft oder wo immer arbeiten, haben diese Wirtschaft erschaffen. Durch unser Bewusstsein. Besser gesagt, durch unser Unbewusstsein. Wenn du klagst über den Druck in deiner Firma, den Druck von deinem Chef, frag dich, wie viel Druck machst du dir? Hast du seit der Kindheit gemacht? Ich muss, ich müsste, ich hätte müssen, ich soll, ich sollte, ich hätte sollen, ich darf nicht und so weiter. Genau das sagt das Kind. Das sagt aufpassen, 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 ich muss mir hier meine Punkte verdienen. Die Hauptursache des Druckes ist in deinen Gedanken. In deinen dich verurteilenden, dich antreibenden Gedanken. Heißt, wir haben in uns mindestens zwei innere Figuren ausgebildet. Die nenne ich einmal den inneren Kritiker, besser gesagt den inneren Richter. Den kannst du in einer meiner Meditationen, Schluss mit Hetze, Druck und Stress persönlich kennenlernen. Deinen Auftrag zurücknehmen, ihn entlassen. Die andere Person ist der innere Antreiber und Druckmacher. Jeder Satz und schreib das auf, wenn du Übungen machen willst, schreib alle Sätze auf mit müssen, müsste, hätte, müssen. Sollen, sollte, hätte, soll, nicht dürfen. Da brauchst du mehr als ein Blatt für. All diese Sätze haben eine Wirkung. Sie erzeugen erstens ein Gefühl, zum Beispiel die Angst, ich könnte es nicht schaffen. Und Trauer, dass du nicht mehr locker dein Leben genießen kannst, weil du ja so viel müssen musst. Und zweitens erzeugt es in deinem Körper eben Empfindungen sehr unguter Art, wie Druck, wie Enge, wie Schwere etc. Ich möchte also jeden erinnern und jeden einladen, seine Perspektive zu ändern in Bezug auf die Qualität dieser Zeit, dieser Transformationszeit. Das heißt, alles was geschieht in jeder Firma, in jeder Klinik, an jedem Arbeitsplatz ist sehr, sehr sinnvoll. Auch wenn es sehr schmerzlich ist, auch wenn Menschen darunter leiden. Warum? Weil wir Menschen brauchen das, bevor wir etwas ändern. Wenn es bei uns einigermaßen gut geht, sagen wir doch, geht doch noch, geht doch immer noch, ist doch immer noch gegangen. Erst wenn es nicht mehr geht. Erst wenn du einen Burnout hast. Erst wenn du krank bist und nichts mehr geht. Dann sagst du, ach du Scheiße. Und das ist ein Geschenk. Jede Krankheit, jeder Schmerz, jede Kündigung ist ein Geschenk. Denn dann sitzt du da zu Hause und hast erstmal auch seit Jahren Zeit über die wichtigsten Gedanken zu machen. Was treibe ich hier eigentlich? Wir sind in einen Funktionsmodus, ins Funktionieren gegangen. In die Tretmühle gegangen und fragen gar nicht mehr, warum mache ich das, wie ich das mache. Und gucken nicht mehr, beobachten nicht mehr, wie mache ich das. Das heißt, wir betrachten uns selbst als Opfer einer Wirtschaft, einer Gesellschaft, in der man leisten muss, um zu überleben, um deine Rechnungen zu bezahlen. Und so ist das Motiv, morgens aufzustehen und in den Tag zu gehen, bei den meisten sehr, sehr klein und sehr merkwürdig verzerrt. Denn die meisten denken tatsächlich, ob bewusst oder unbewusst, am Morgen, Scheiße, ich muss schon wieder aufstehen. Das ist ungefähr genauso, als ob mein Vogel am Ast sitzt und sagt, Scheiße, ich muss schon wieder singen heute. Genauso verrückt ist das. Ich möchte einladen, hier Bewusstheit hineinzubringen, das Licht reinzubringen. Aufmerksamkeit ist Bewusstheit. Ich lade jeden ein, wenn du zu den Wünschen deines Herzens das genau weißt, was du hier in diesem Leben machen kannst, um in die Fülle zu kommen. Ich sage, jeder hat in diesem Herzen einen Plan der Möglichkeiten, der Talente. Du bist nicht hier, um dein Leben irgendwie über die Runde zu bringen, sondern dieses Leben ist ein Weg, der über verschiedene Phasen geht, der beginnt in einem Zustand der Unbewusstheit. Unsere Eltern unbewusst, wir unbewusst und geht in Richtung von Bewusstheit. Unser Leben ist ein Weg aus Unfrieden und Verstrickung in Richtung Frieden und Freiheit. Jeder verstrickt sich mit Mutter, Vater, Bruder, Schwester und anderen Schlüsselpersonen der Kindheit und läuft, wenn er aus dem Haus rausgeht mit ca. 20, verstrickt unfrei, offiziell frei, innerlich unfrei durch das Leben. Und diese Verstrickungen haben etliche, etliche Folgeerscheinungen in allen Lebensbereichen, deiner Partnerschaft, in deinem Körper und im Unternehmen. Und das sind auch die Bühnen der Transformation. Die Transformation dieser Zeit zeigt sich vor allem auf vier Bühnen in diesen Jahren. Auf der Ebene des Körpers, der Psyche, der Partnerschaft und Familie und des Arbeitsplatzes. Dort ist jetzt richtig Bewegung und nochmal, ich halte diese Bewegung für extrem segensreich, denn sonst bewegen wir unseren Hintern doch kaum. Erst wenn wir etwas verlieren, können wir wertschätzen, wie es vorher war. Nimm das Beispiel deines Körpers, solange der einigermaßen funktioniert, sagst du, geht doch, geht doch noch, geht doch noch. Ein bisschen Rücken schmeißen, hat jeder, klar, ein bisschen Kopf schmeißen, aber so auch, ein bisschen Zipperlein und so weiter, aber geht doch noch. Aber erst wenn du plötzlich nicht mehr kannst, wenn das linke Bein auf einmal das Knie auf einmal so wehtut, dass du nur noch huppeln kannst. Und jetzt sagst du, ach du Scheiße, jetzt passiert eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Auf einmal interessierst du dich für das linke Knie, um das du dich bisher an Scheißdreck gekümmert hast. Obwohl es dir den ganzen Tag gedient hat mit Beugen, Beugen, Treppensteigen, Tanzen, alles und so weiter. Also nicht interessant. Jetzt ist es interessant, wo es weh tut. Also geht deine Aufmerksamkeit dahin, du kümmerst dich auf die eine oder andere Art und Weise darum. Das dauert zwei, drei Monate und Gott sei Dank nach zwei, drei Monaten sagt das Knie, jetzt gehe ich wieder. Es besteht jetzt die Chance, dass ein Bewusstseinssprung entstanden ist, dass du sagst, ist doch gar nicht so schlecht der Körper. Das heißt, erst etwas verlieren und danach weißt du, mein Gott, wie sinnvoll ist das. Und das trifft jetzt nicht nur für den Körper zu. Das heißt, nachhinein könntest du sagen, was will eigentlich dieser Körper? Erstmal eine Dankbarkeit diesem Körper entgegenbringen, wie Dankbarkeit zu allem, was dir heute dient. Auch deinem Partner, deinem Körper, deiner Firma etc. Bist du deiner Firma dankbar oder den letzten Firmen? Bist du der Arbeit dankbar? Hier gilt jetzt ein Energiegesetz, das in dieser Zeit sehr stark greift, denn in der Transformationszeit, übrigens aus welcher Kraft wird diese Transformationszeit genährt, fällt die zufällig vom Himmel. Sie kommt aus der Kraft, aus der wir alle geboren sind, die bis heute weitgehend unterschätzt wird. Aus der Liebe. Die Liebe macht jetzt mobil durch die Herzen der Menschen. Und den Zusammenhang zwischen Liebe und Arbeit, Liebe und Geld, Liebe und Partner, Liebe und Körper zu entdecken, ist eine sehr lohnende Sache. Denn dieser Körper braucht nur drei Nährstoffe. Liebe, Dankbarkeit und ein Mensch, der mit Freude und Ja lebt, der richtig Bock hat auf Frau sein, auf Mann sein. Und das haben viele verloren. Denn unsere Eltern, wie gesagt, waren nicht glücklich, konnten uns kein glückliches Frau sein und Mann sein zeigen. Und die Liebe sagt jetzt, was du nicht liebst, verliert jetzt seine Haftung. Heißt, könntest du sehr schnell verlieren. Kannst du den Frieden, in dem wir hier leben, den äußeren Frieden wertschätzen? Wenn du nach 50, 60 geboren bist, eher nicht. Denn du hast das Gegenteil nicht erlebt. Wir erleben demnächst, im nächsten Jahr, 70 Jahre Frieden in Zentraleuropa. Das ist die längste Friedensperiode, der die Geschichtsstreibung feststellen kann. Wir müssen eigentlich Rumba und Samba tanzen. Wir haben in den letzten 60, 75 Jahren einen stetig steigenden Wohlstand für die meisten. So viel Wohlstand wie heute gab es noch nicht. Wir können über Verteilung reden, ja. Wir haben noch nie so viele Jobs in Deutschland gehabt, 42 Millionen Jobs. Aber wir sind nicht zufrieden. Wir haben mehr im Kühlschrank, als wir essen können. Mehr in unseren Kellern, als wir brauchen können. Mehr Fülle, mehr Materie, als wir verbrauchen. Was fehlt? Genau das Gegenteil. Das was nicht auf der Ebene der Materie ist, da haben wir Mangel. Im psychischen und im Bereich des Glücklichseins. Hier ist kaum einer wirklich glücklich. Du kannst eine Million am Konto haben. Du kannst deinen Job haben. Du kannst dein Häuschen abbezahlt haben. Zwei Autos haben. Drei Frauen haben. Drei Männer haben. Was immer. Ja. Aber die Frage ist, wie fühlt sich das an? Ist das ein glücklicher Mann, eine glückliche Frau? Ist das von Erfüllung geprägt? Mein Herz sagt, wir wollen und wünschen uns sehnlichst Zustände meiner großen vier Fs. Freude, Frieden, Freiheit und Fülle. Und Fülle ergänzt sich gern mit Erfüllung. Dieses Herz wünscht sich, dass du auf es hörst. Und bevor wir die Stimme des Herzens hören können, die das jeden Tag zu dir spricht, dürfen wir ein bisschen aufräumen und erstmal Zeit, Ruhe und Stille nehmen für uns selbst im Alltag. Denn da haben wir uns im Alltag im viel Machen, Machen, Machen und Denken verloren. Wir sind aus der Mitte gekippt. Wir leben ungefähr, als wenn wir so da stehen. Auf einem Bein und nicht auf dem anderen. Das heißt, um nach innen zu gehen, um zu hören, was sagt das Herz, um die Signale deines Körpers wahrzunehmen, um deine Gefühle wahrzunehmen und sie zu würdigen, indem du sie über Jahre fühlen lernst, braucht es Auszeit, braucht es Pausen, braucht es Zeit nur für dich. Meine Empfehlung ist, eine Stunde am Tag nur für dich. Auch wenn du drei Kinder hast. Morgens, bevor du in den Tag hineinfällst, mindestens 15 Minuten. Hinsetzen, Schlafzimmer, Augen zu, nach innen gehen. Feststellen, was ist denn jetzt da? Dieser Körper sagt dir genau, was jetzt da ist. Und das, was da ist, möchte beatmet, gefühlt und angenommen werden. Dann gehst du zentriert in deinen Tag. Du magst noch einige zentrale Sätze am Anfang sagen, wer willst du heute sein an diesem Tag? Wie willst du durch diesen Tag gehen? Du kannst sagen, ich danke für diesen Tag und nehme alle Geschenke dieses Tages liebend und dankend an. Das ist eine andere Ausrichtung, nicht nur mental, eine spirituelle Ausrichtung. Ich entscheide mich mir selbst, meinen Kindern, meinem Partner, meinen Kollegen, meinem Chef. Mit Achtsamkeit und Liebe und Wertschätzung zu begegnen. Aber vor allen Dingen mir selbst. Das wäre eine andere energetische Ausrichtung. Das ist so ein erster Schritt aus dem unbewussten Menschen in einen bewussten Menschen. Der weiß, was er tut. Wir sind morgens nicht da. Wir sind die meiste Zeit im Tag, obwohl wir viel tun, schlafen, schlafen, schlafen. Schlaf heißt unbewusst. Mit den meisten Lebensläufen müsste stehen, sie wissen nicht, was sie tun. Denn warum sollten wir uns sonst Krankheit, Unglück, Leid erschaffen? Schmerz. Weil wir halt bisher keine Betriebsanleitung hatten. Dieses Herz spricht jeden Tag zu dir. Nicht durch Worte, sondern durch das Signal von Stimmigkeit oder Unstimmigkeit. Heißt, du kannst jeden Tag prüfen, besonders in diesen Pausen, wenn du nichts tust und nicht so viel denkst, fühlen. Fühlt sich das, was du hier lebst, stimmig oder rund an oder unstimmig und unrund? Dafür brauchst du keine drei Sekunden, um zu fragen und zu beantworten. Fühlt sich das in meiner Partnerschaft rund an, stimmig an? Oder ruft es da schon länger nach Veränderung? Ist das mit Freude, mit Erfüllung verbunden oder sagt, ach, eher nicht so? Fühlt sich meine Arbeit, mein Verhältnis zu meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen, stimmig, rund an oder nicht? Dazu musst du keine Analyse machen. Das sagt dir dein Herz. Dieses Herz ist Experte dafür und es weist dich darauf hin und sagt, hier, schau mal hin, schau mal hin, schau mal hin, führ mal hin. Kümmer dich darum, um das Unstimmige, aber wir, der Kopf sagt, ach komm, den anderen geht es auch nicht besser, machen wir weiter. Bis es an eine Grenze geht und das tut es jetzt bei sehr vielen Männern und Frauen auf allen Gebieten. Körperlich, in den Partnerschaften und in den Firmen. Denn das, was bisher ging, zum Beispiel in der Ehe, die Ehe ohne Liebe, war bisher über viele Jahrhunderte möglich, jetzt nicht mehr. Da sagt, frag das Herz dich, sag mal, warum bist du mit diesen Menschen zusammen? Und wenn du ehelich bist, dann kommen so Antworten, ja, ich will nicht allein sein. Sag nicht, weil du ihn liebst, ja. Oder spür mal rein, ob das der Fall ist. Und der Kopf sagt, ich liebe ihn. Und das Herz sagt, stimmt gar nicht, du brauchst ihn. Das heißt, ich behaupte, das meiste Motiv, das größte Motiv für Partnerschaft ist der Wunsch, nicht allein zu sein. Eine Negativdefinition, ich möchte nicht allein sein. Und das hat Wolfram eben auch schon gesagt. Um zu. Ich habe einen Partner, um nicht allein zu sein. Und nicht, weil du so vor Freude überberstest und die Freude feiern möchtest mit einem anderen. Das heißt, in der Partnerschaft, ich grüße alle Paarship-Teilnehmer. Da ist genau das bedürftige, kleine, nach Aufmerksamkeit, Liebe, Energie von anderen suchende Kind unterwegs und möchte sich nach wie vor Energie, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Liebe, Wertschätzung von einem anderen Menschen holen, damit es sich besser fühlt, damit der andere es nähert, das Kind im Mann oder in der Frau. Und das geht jetzt immer schneller in die Hose, denn das klappt nicht. Denn die zwei, der eine, der Braucher, ich brauche einen Menschen, zieht einen anderen an. Und was zieht er an? Keinen Liebenden, auch einen Braucher. Braucher sucht Braucher, Bauer sucht Frau. Und diese zwei Braucher gründen dann zusammen eine Verbrauchergemeinschaft. Und in den nächsten Monaten und Jahren verbrauchen die sich ganz schön. Und genau dasselbe passiert auf der Ebene der Wirtschaft. Ich brauche einen Job, um zu, um Geld zu verdienen, um meine Rechnung zu bezahlen und so weiter. Und das geht jetzt nicht mehr, denn Arbeit ist, wie Kalle Gibran so schön seinen Propheten sagen lässt, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und wenn du nicht mit Freude arbeitest, sagt der Prophet, dann lass lieber die Arbeit sein und setz dich vor die Tore des Tempels und nimm Almosen von denen, die mit Freude arbeiten. Denn wenn du nicht mit Freude arbeitest, machst du nur Scheiß. Das waren meine Worte, war nicht Gibran. Heißt, wenn du nicht mit Freude Bäcker bist, dann backst du ein bitteres Brot und das macht keinen satt. Und wenn du Winzer bist und hast keine Freude an der Rebe, am Winzer sein, dann träufelt deine Abneigung ein Gift in den Wein, nützt keinem Schwein. Selbst wenn du Sänger bist und singst nicht mit Liebe und Freude, dann machst du mit deinem komischen Gesang die Ohren taub für die Stimme des Tages und die Stimme der Nacht. Kalle Gibran. Und mein Herz sagt genau das, was Kalle Gibran gesagt hat, wird jetzt wirksam in den Firmen. Dort geht der Kitt weg, das Bindemittel. Wenn deine Arbeit nicht mit deinem Herzen verbunden ist, dann fällt sie weg. Das heißt, was du nicht liebst, wirst du in dieser Zeit sehr schnell verlieren. Damit du es wieder lieben lernst, damit du es wieder wertschätzen lernst. Warum soll dein Körper gesund bleiben, wenn du dich nicht liebst, wenn du ihm nicht dankst, wenn du ihm nicht einen freudigen Partner bist? Dann sagt der Körper, da bekomme ich keine Energie. Das ist ungefähr, als wenn du die Stecke aus deiner eigenen Steckdose ziehst. Warum soll deine Arbeit bei dir bleiben, wenn du sie nicht liebst und mit Freude machst? Nur oben zu geht gar nicht mehr. Deine ganzen Zellen ist eine Ursache von Burnout und Leere. Warum kommen wir abends erschöpft nach Hause? Die meisten Menschen kommen abends erschöpft, nicht nur körperlich erschöpft, wo man was getan hat, sondern mental erschöpft nach Hause und können wenig Frisches mit sich anfangen. Der sogenannte Feierabend wird doch von kaum einem gefeiert. Wenn der Mensch nämlich in die Arbeit geht und acht, neun bis zehn Stunden mit An- und Abfahrt verbringt, dann hören alle Zellen zu. Dein Herz und alle Zellen deines Feinstellungskörpers hören genau, was du machst. Und du sagst, es sagt, ich gehe dahin um zu, um Geld zu verdienen. Als Beispiel. Das Motiv reicht jetzt gar nicht mehr aus. Denn die Zellen sagen, was? Du machst das nicht um seiner selbst willen, weil du da Bock drauf hast, weil dir das erfüllt, sondern um zu? Dann muss sich das leer anfühlen. Das heißt, du bekommst in den ganzen acht, neun, zehn Stunden keine Energie. Es ist ja nur ein Mittel zum, dass am Ende deines Monats eine Überweisung da ist. Das heißt, es nährt dich nicht. Diese Arbeit, diese Kontakte mit deinen Kollegen ist keine näherende, sondern dann eine zehrende Sache. Und das ist kein Wunder, dass man abends kaputt ist. Aber kaputt zu sein, am Abend nach Hause zu kommen, ist so unnatürlich wie ein Eichhörnchen mit Bandscheibenvorfall. Und deine Katze kommt auch nicht abends nach Hause in die Tür rein und fällt ins Koma. Aber wir haben uns so sehr von dieser Natürlichkeit entfernt, wir haben genug Energiequellen. Wir stehen auf einer Mutter Erde, die ein unglaubliches Energiewesen ist, bekommen Massenenergie aus der Erde, wir bekommen Energie und so hat uns Leonardo dargestellt. Aber unsere Kanäle sind verstopft. Unsere Chakren sind verstopft, unser Herz ist verstopft. Wir sind nicht empfangsbereit. Das heißt nochmal, vier Ebenen, Mental, Gedanken, die tun nicht weh. Und weil sie nicht wehtun, ich glaube, wenn Gedanken wehtun würden, würden wir den ganzen Tag schreiend durch die Welt laufen. Wenn wir hören würden, was wir da für eine Scheiße denken. Ja, ich bin nicht liebenswert, das Leben ist anstrengend, dein Leben kriegst du nichts geschenkt und so weiter. Das sind unwahre Gedanken, mit denen wir Mangelzustände aller Art erschaffen haben. Vom Körper bis zum Arbeitsplatz. Das ist durchgängig. Wir haben ja ein Thema. Du und dein Körper, dein Herz, deine Empfindungen, deine Schaffenskraft, alles was du rausschickst. Heute wird Bilanz gezogen, sozusagen in diesen Tagen. Und du wirst auf deine Schöpfungen aufmerksam gemacht und gesagt, das Leben sagt dir, schau deine Schöpfungen dir an. Lass das nicht modern, schieb das nicht unter den Teppich, unter den Alten. Die Teppiche werden jetzt aufgerollt. Heißt, in dieser Zeit, in diesen Jahren wird dir all das präsentiert aus deiner Vergangenheit, die ja keine Vergangenheit ist, sondern in deinem Körper jetzt enthalten ist, wird dir jetzt auf den Bühnen von Körper, Psyche, Partnerschaft und Firma, Arbeitsplatz präsentiert. Denn diese Dinge zerfallen nicht. Und selbst das, was du mit sechs Jahren erlebt hast, ist jetzt in dir. Wer kann sich noch von euch an einen Lehrer erinnern der Schulzeit, den du nicht leiden konntest oder der dich nicht leiden konnte? Ja, viele. Und kann sich noch an seinen, ihren Namen erinnern? Oho. Noch an seinen, ihr Gesicht sehen? Oho. Und wenn er jetzt vor dir stände oder sie? Hm? Heißt Emotion, Name, alles, alles vorhanden. Als wäre es vorgestern passiert. Und das war nur der Lehrer. Das soll belegen, deine Vergangenheit ist jetzt ganz aktuell in dir. Jeden Konflikt mit Bruder, Schwester, Vater, Mutter, all das, mit Ex-Partner und Ex-Chef, all das, was bisher nicht von dir rund gemacht, in den Frieden gebracht wurde, in den Fluss wieder der Liebe und des Lebens gebracht wurde, das sitzt dir heute als Energieblockade in deinen Zellen, trägst du jeden Morgen in deine Partnerschaft, deine Familie, jeden Morgen in den Straßenverkehr, jeden Morgen in deine Abteilung rein. Und du bist entweder ein Friedensstifter oder eine emotionale Umweltbelastung. Ja? Und das soll keine Kritik sein, aber wenn wir als ungeklärte, mit Emotionen Verstopfte, von Empfindungen geplagte, sich selbst verurteilende, mit unwahren Gedanken Menschen sind, die in die Welt gehen, was machen wir dann? Unbewusstsein erschafft Unordnung, Unfrieden innen erschafft Unfrieden außen. Ein sich selbst verurteilender Mensch erschafft Krieg im Außen. Ich sage, deine Nichtliebe, deine Verurteilung zu dir selbst, als Frau, als Mann, schafft den Krieg im Außen. Von deiner Firma bis Syrien bis Krim, überall. Das ist die Hauptursache für den Krieg in dieser Welt. Weil von den acht Milliarden Menschen hier auf diesem Planeten, ich weiß nicht, siebeneinhalb, ich weiß nicht, wie viele sich da eben nicht lieben. Und wenn mir das entstehen, wissen wir auch, haben wir den Schlüssel in der Hand für den Frieden und die Zusammenarbeit in deiner Abteilung, in deiner Firma. Du bist von Haus aus das Licht der Welt. Du hast es nur vergessen. Dieses Herz will nichts als lieben, will wieder verbinden, will wieder heilen, dich selbst und andere Beziehungen. Will Verurteilungen zurücknehmen, weil der Verstand sogar über das Herz erkennen kann, ich habe mich geirrt. Und diese Welt ändert sich jetzt über die Herzen der Menschen, denn das sind wir von Haus aus, wir sind erstens Herzmenschen. Und diese Liebe ist weit unterschätzt worden, aber diese Liebe dreht jetzt richtig auf und du spürst es in allen Bereichen. Und diese Transformationszeit, die kannst du nicht aussitzen oder so als Zuschauer. Wer sagt, da glaube ich nicht dran, das ist esoterischer Quatsch, kannst du machen, kein Problem. Nur dann verhältst du dich wie einer auf der Autobahn, wo alle 150 fahren, in der Schweiz fahren wir 120 hier. Und du sagst, ich fahre mal 50. Ich mache diesen Fluss von 120 gar nicht mit. Dann hast du ein Problem. Ein Energiestau-Problem. Genau diese Energiestau-Probleme spüren jetzt immer mehr Menschen in ihren Körpern, nicht erst beim Burnout. Schon bei den Gelenkproblemen. Da ist so viel Starre jetzt in den Menschen zu spüren. Und so viel Schmerzen, wo der Arzt sagt, meine Liebe, mein Lieber, ich kann nichts finden. Das wirst du in diesem Jahr noch oft hören in deiner Bekanntschaft. Du gehst zum Arzt, der checkt dich durch, der macht alle Methoden und er sagt, scheiße, ich kann nichts finden. Das sind eben genau die Energieblockaden und Schmerzen im feinstofflichen Körper, für die er bisher kein Gerät hat. Er kann nur Organ untersuchen. Und darum dürfen wir uns diesem nicht sichtbaren, nicht physischen, sondern feinstofflichen Bereich von Gedanken über Empfindungen, Emotionen, Herzimpulsen zuwenden. Und dieses Herz wirklich befragen. Herz, was bringt dich zum Singen? Das ist die zentrale Frage. Mein Herz, was bringt dich zum Singen? Die Entscheidung treffen. Ich entscheide mich neu. Als Kind musste ich in die Birne gehen, in den Kopf, ins Denken, ins Strategische agieren. Heute möchte ich wieder dieses Herz, das unversehrt in jedem enthalten ist, wieder in den Mittelpunkt meines Lebens stellen. Dafür brauchst du, wie schon gesagt, Zeit und Ruhe, Natur, ausatmen. Davon reden wir gleich. Und dann wirst du dein Herz nicht erst in fünf Jahren, sondern in fünf Tagen, in fünf Wochen mehr und mehr wahrnehmen. Weil dieses Herz weiß genau, ob du ihm treu bist oder nicht. Alle haben wir gelernt, dieses Herz zu verraten. Und das ist die Todesursache Nummer eins. Die offizielle ist Herz-Kreislauf-Krankheit. Aber die Hauptursache der Menschen ist das übergeordnete Herz. Das ist die Pumpe. Diese Pumpe ist von diesem Herzen abhängig. Und das Blut-Kreislauf ist von dem Kreislauf der Energien abhängig. Ob es fließt. Jedes Mal, wenn wir ein Problem haben, haben wir ein Energieflussproblem. Dann ist irgendwo Energie nicht geflossen. Das hast du auf unbewusste Weise bewerkstelligt, dass Energie nicht floss. Davon später mehr. Ich wünsche euch eine schöne Pause. mit meinem Kauf zum participate in den Corneln. Ich wünsche mir also, dass wir heute, und das können wir heute in dieser Zeit, ich behaupte, wir können Lebensläufe verstehen. Wir können verstehen, wie die Dinge entstanden sind. Oft mit einem Zeitversetzen, und ich lade jeden ein, nicht nur seinen Kopf, sondern sein Herz zu öffnen, dafür, dass alles, was du erlebt hast, privat oder beruflich, seinen guten Sinn und seine Berechtigung hatte, Punkt 1, und dass du es nicht anders, nicht besser konntest, heißt, dass du es so gut gemacht hast, wie du es wusstest und wie du es konntest. Spiel mal rein, ob du dich dem Gedanken öffnen kannst. Wenn dieser Gedanke wahr ist, was mein Herz sagt, dann sind alle anderen gegenteiligen, verurteilenden Gedanken nicht wahr. Nochmal, als größte Ursache für Mangel, Zustände jeglicher Art, war, dass das Kind Urteile anderer geglaubt hat und dann sich selbst verurteilt hat. Immer und immer wieder. Spiel mal rein. Wenn du eine Übung machst, was für Fehler, wie viele Fehler glaubst du gemacht zu haben, dann wirst du viel Papier brauchen, wenn du lange da sitzen bleibst. Mein Herz sagt, wir haben keine Fehler gemacht und das ist keine Wortglauberei. Wir haben sehr wichtige Erfahrungen gemacht. Heute wirst du manches anders machen. Und nochmal, damals konntest du es nicht anders und wusstest es nicht besser. Das ist für mich die Grundlage für Vergebung. Wenn wir morgen eine Zukunft erschaffen wollen, die von Fülle, Freude, Erfüllung, Verbindung, Wohlstand geprägt sein soll, dann dürfen wir zurückschauen und das rund machen und in den Frieden bringen, womit wir bis heute nicht im Frieden sind. Und dieser Unfriede bezieht sich ganz besonders auf unsere Beziehung zu den Schlüsselpersonen der Vergangenheit. Kaum einer ist mit seinem Vater und seiner Mutter sowohl in der Klarheit, im Frieden und in der Freiheit. Diese ersten Primärbeziehungen leben nach wie vor in unserem feinstoffigen Körper und jeder Mann, jede Frau bringt jeden Morgen einen Sack voller ungeordneter Energien, heißt oft unfriedlicher Energien, mit an seinen Arbeitsplatz. Das sind seine Selbstverurteilung, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin. Zweitens seine unterdrückten Gefühle, denn wir haben nicht gelernt, Gefühle in Fluss zu bringen und sie verwandeln zu lernen. Das sind seine Verstrickungen mit Mutter, Vater und anderen. Das ist sein oft in der Kindheit gesagtes Nein zum Leben und viele andere Dinge mehr. Nochmal, wir sind Schöpfer. Letzten zehn Jahre, letzten Jahrzehnten wird das immer mehr betont, aber das Wissen allein reicht nicht, sondern wir können davon Gebrauch machen, aber das fängt an mit einer neuen Sichtweise. Vorträge und Bücher erlauben uns, das Leben neu zu betrachten, uns in einem anderen Kontext, uns in einer anderen Rolle zu sehen. Ich sage, wir sind jeden Tag Schöpfer. Du kannst nicht anders als erschaffen und im Leben ist es relativ egal, ob du es bewusst machst oder unbewusst. Du schickst, wie gesagt, Gedankenenergien in die Welt, Worte und Handlungen und die Qualität, die du in die Welt schickst, kommt entsprechend zurück. Und das ist hier die Ursache, warum wir in den Gemeinschaften, wo Männer und Frauen zusammenkommen, sei es im Privaten wie im Beruflichen, heute ein erhebliches Maß an Unordnung, an Unfrieden besteht. Der Verstand wiederum sagt, weil er das gelernt hat, wie damals in der Kindheit, wenn Papa nicht so wäre, wenn Mama nicht so wäre, wenn die sich vertragen würden, wenn das schöner wäre, wenn sie lieber werden und so weiter, dann wäre meine Welt anders. Aus der Sicht des Kindes ist das wahr. Dieses Kinderdenken wird aber übertragen heute auch im Kopf des Erwachsenen auf Zustände, mit denen er nicht zufrieden ist. Und er sagt dann, wenn die Gesellschaft, die Wirtschaft, mein Vorgesetzter, die Firma, die anderen, die da oben anders wären, dann wäre diese Welt anders. Das ist theoretisch richtig, aber es ist nicht wahr. Weil nochmal, diese Welt wird erschaffen durch das Bewusstsein der Menschen. Sein, auch Materie, Zustände in Firmen, in Partnerschaften, in Gemeinschaften, im Mehrfamilienhaus wird erschaffen. Das Sein dort wird erschaffen durch das Bewusstsein jedes einzelnen Menschen. Und da das Bewusstsein bei uns, dem normalen Menschen, mehr einem Unbewusstsein entspricht, siehe, sie wissen nicht, was sie tun, verstehen wir oft nicht, was wir da jeden Tag erleben. Sobald du die Schöpferperspektive einnimmst und wirklich schaust, was denkt es denn in mir bisher über die drei wichtigsten Themen, was denkt es in mir über mich, über mein Frau sein, mein Mann sein, über meine Biografie, über meinen Wert, meine Talente. Und du nimmst dir mal die Zeit und schreibst das auf. Dann wirst du sehr viele verurteilende Dinge, schwarz auf weiß, blau auf weiß, auf deinem Papier haben. Und das geht raus, ob du das dir vorsprichst oder nicht. Wenn du dich nicht wertschätzt, und das hat keiner von zu Hause gelernt, keiner hat gesagt, du, achte immer auf dich, kümmere dich um dich, liebe dich, ja, besonders wenn es dir schlecht geht. Wer sich nicht wertschätzt, kann nicht erwarten, dass andere Menschen, ob im privaten oder im Beruf, dich wertschätzen. So wie du über dich denkst selber, kommen anderen dir entgegen. Und darum darfst du dein Innenverhältnis, deine Beziehung, deine intime partnerschaftliche Beziehung zu dir erstmal leben lernen, dir Zeit nehmen und verändern. Selbstverurteilungen wollen als Irrtum erkannt werden mit solch einem Gedanken, ich habe es nicht besser gewusst. Ich nehme meine Urteile zurück, ich bin bereit, mir das zu vergeben, ich bin bereit, mein Herz zu öffnen und die Person in mir zu sehen, die von Anfang an gelernt hat, sich zu verurteilen. Und das ist der kleine Junge im Mann und das kleine Mädchen in der Frau. In allen Menschen sitzen kleine Kinder, die, wie gesagt, noch glauben, sie seien damals bei Eltern. Und die anderen müssten kommen, die Eltern oder andere müssen es wieder gut machen. Das ist das Denken des kleinen Kindes, du wirst nachher in der Meditation das kleine Kind sehen, fühlen können, spüren können, verwandeln können, ebenso. Wir wurden am Anfang unseres Lebens verurteilt und verglichen mit anderen, erinnere dich. Mit Geschwistern, Bruder, Schwester, Nachbarskinder, mit deinen Schulklassenkameraden, haben die auch so eine Note geschrieben, wird dann besser geschrieben und das ging weiter in der Ausbildung, wirst du verglichen und dann hast du dich verglichen. Wir wurden verglichen und wir haben uns verglichen und wir haben uns verurteilt. Das heißt, der Mensch geht heute mit einer chronischen Selbstverurteilung durchs Leben und kann den anderen nicht das gönnen, was sie haben. Stell dir mal vor, dein Kollege, deine Kollegin wird befördert. Du hast dasselbe gemacht, er oder sie wird befördert, verdient morgen mehr. Was sagst du? Ich gratuliere dir herzlich, ich freue mich für dich. Ha, 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 ha. Und das ist ein Missstand, den dann kannst du ändern. Wer sich selbst, und das ist in der Partnerschaft dasselbe, wir erwarten vom anderen, was wir uns selbst nicht schenken. Wir erwarten vom Partner, er möge uns mehr zuhören. Frage, hörst du dir selber zu? Deinem Inneren? Er möge mich liebevoller, sie möge mich liebevoller behandeln. Wie liebevoll behandelst du dich? Er möge mehr Zeit für dich haben. Wie viel Zeit nimmst du dir für dich? Schreib dir alles auf, was in Partnerschaft ist und auch in der Firma, er, sie, sollte. Mitarbeiter, Kollege, Chef, Partner, Sohn und Tochter. Schreib deine Erwartungen an andere Menschen auf und frage dich, gebe ich mir das selber, was ich vom anderen erwarte? Und du wirst sehr fündig werden. Und die Antwort wird oft lauten, nein. Du kannst nicht vom anderen bekommen, was du dir selber vorenthältst. Energetisch unsinnig. Das ist die Haltung des kleinen Kindes, das nicht wusste, ich kann mich selbst lieben lernen. Das ist eine Grundhaltung. Als die wichtigsten Faktoren für Mangel im Beruf, für mangelnden Erfolg sind also erstens grundlegende, mangelnde Selbstwertschätzung. Hör mal rein. Selbstwertschätzung. Wert und Schatz steckt da drin. Wenn du dich nicht für besonders wertvoll hältst, warum sollen das andere tun? Dein Dich-nicht-wertvoll-halten-Strick ist Universum und du erntest Mangel. Rückmeldungen der Kritik, der Zurückweisung und so weiter. Wenn du dich selbst verlassen hast, ich habe eben vom Verrat des Herzens gesprochen. Wie oft verrätst du dein Herz, wo du etwas tust, was du, wie wir sagen, eigentlich nicht tun willst? Hör zu, wenn du eigentlich sagst, eigentlich ist das Wort für den Verrat am eigenen Herzen. Ja, eigentlich wollte ich immer schon. Aha. Wie geht es dir? Eigentlich gut. Schon gelogen. Das eigentlich heißt nicht. Eigentlich gut heißt, mir geht es nicht wirklich gut. Hör dir die Sätze an. Und übernimm die Verantwortung dafür, dass du irgendwann angefangen hast, aus Gründen der Einsamkeit oder sonst was, der Bedürftigkeit, etwas zu tun, um des lieben Friedens willen. Hast angefangen, die Erwartungen anderer zu erfüllen und über die Erwartungen deines eigenen Herzens hinüberzustellen. Und das ist Verrat am eigenen Herzen. Und das hat Folgen. Das kommt jetzt zu dir zurück, als wie alle Schöpfungen zu dir zurückkommen. Das fühlt sich einfach beschissen an in dir. Wenn das Herz sagt, du hörst ja nicht auf mich. Du gehst eher auf Sicherheitsgründen. Diese Welt ist jetzt noch stärker als bevor. Das Leben ist immer schon Veränderung. Aber jetzt in diesen Jahren ist diese Welt von Veränderung, von Transformationen bestimmt. Selbst in den großen, besten Unternehmen, wie sie heißen, Adidas, Linde, wie sie alle heißen, die wirklich gut funktionieren, steht permanente Transformation unter den ersten drei strategischen Hauptpunkten. Sie verstehen nur etwas anderes darunter. Permanenter Wechsel, permanente Veränderung. Das Leben ist immer Veränderung. Dein Körper verändert sich den ganzen Tag. Abends hat er eine andere Zusammensetzung als morgens. Nach so einem Vortrag von mir erst recht. Das heißt, alles fließt. Bitte nimm dieses Bild, das Flusssystem. Alle Energien wollen ständig fließen. In deinem Körper fließt das Blut. Und zwar im Kreisläufe. Eins hin zum Herzen, eins vom Herzen. Der Atem möchte rund fließen. Die Lymphe möchte fließen. Die Elektromagnetik, die Meridiane möchte fließen. Dein gesamter Körper ist ein unglaubliches, vielfältiges Flusssystem. Alles fließt im großen Kosmos. Permanente Bewegung, permanente Veränderung fließen in Kreisläufe. Darum sagt unsere Sprache auch, schön, das ist eine runde Sache. Das fließt. Wir aber haben auf unbewusste Weise Dinge ins Blockieren, ins Nicht-Fließen gebracht. Unter anderem durch unsere Nein. Nein zu dem, was doch schon da ist. Dein Partner verlässt dich und du sagst, nein, das sollte er nicht machen. Ist doch schon weg. Wir sagen einfach zu dem Nein, was passiert im Leben. Ein ganz einfaches Beispiel, was ich gerne nenne, angenommen, jetzt wird gerade bei dir zu Hause eingebrochen. Und irgendwas Schönes geklaut. Zum Beispiel dein Familienschmuck. Als Beispiel. Sollte noch der eine oder andere da haben. Dann spricht das Leben eine ganz einfache Sprache zu dir und möchte, dass du sagst, ja, so sei es. Aber wir sagen, scheiße, der sollte noch da sein. Der hätte nicht geklaut werden sollen. Das Leben sagt an dir aber, wenn er geklaut ist, dieser Schmuck sollte jetzt nicht nur bei dir, sondern in den Händen eines anderen sein. Und du sagst, ja, so einfach kann man es aber nicht lernen. Doch, genau so einfach. Und es liefete sogar noch einen Beweis, der Schmuck ist weg. Wir sagen Nein zu dem, was doch schon geschehen ist. Mein Partner hat mich verlassen. Der sollte noch bei mir sein. Meine Mutter, mein Vater ist gestorben. Er ist zu früh gestorben. Er war erst 50, 60, 65. Er hätte noch leben sollen. Nein. Wer mit 65 stirbt, soll mit 65 sterben. Das ist kein Fatalismus. Aber er ist ja schon tot. Ich habe früher als Einzeltherapeut viele Witwen in meiner Therapie gehabt. Die waren vielleicht wütend. Ich sage, wie lange war es verheiratet? 35 Jahre. Habt ihr Kinder? Ja. Sind sie gelungen? Ja. Und? Wo ist die Dankbarkeit? Nein, der sollte noch leben. Und das ist ein Grundverhalten, was wir machen. Wir sagen Nein zu dem, was doch schon geschehen ist. Was da ist, soll da sein. Was nicht da ist, soll nicht da sein. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, dann sollst du nicht schlafen. Und dann sagt der Kopf, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss schlafen. Tolle Schlafmitte, wa? Das heißt, was schon da ist in dir, zum Beispiel die Enge, die Schwere etc. möchte nicht negiert werden, möchte nicht ignoriert werden, möchte nicht verdrängt werden, sondern angeschaut werden. Es ist jetzt eine Anschauzeit. Die Zeit der Veränderung macht vielen Angst. Wem in uns macht es Angst? Dem Kind in uns macht es Angst. Denn ein Kind möchte keine Veränderung. Ein Kind möchte Struktur, Stabilität. Möchte nicht, dass Vater jeden zweiten Jahr umzieht und Schulwechsel muss und sonst was. Möchte, dass die Eltern zusammenbleiben. Stabil, Ruhe. Das möchte ein Kind. Und wenn wir hören, das Leben ist Veränderung, sagen wir, hu 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 hu. Wer weiß, was da kommt. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen, dein Geist zu öffnen für den Segen der Veränderung. Ehm mitzuschwimmen. Und dich neugierig darauf zu freuen, wer du im nächsten Jahr sein wirst. Du kannst dich im nächsten Jahr, in einem Jahr als ein vollkommen anderer Mensch erleben. Wer von euch hat schon mit meinen Meditationen und sonstigen sein Leben verändert? Das hätte ich nie gedacht. Bitte mal aufzeigen. Herzlichen Glückwunsch. Fragt sie. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte nie gedacht vor zehn Jahren, dass ich hier stehe, vor 700 Menschen. Vor zehn Jahren nie gedacht. Vor 20 Jahren erst recht nicht. Das war nicht geplant. Das war nicht in meinem Kopf. Das ist geführt worden. Das ist in unserem Herzen. Nochmal, in jedem Herzen ist ein Plan deines Weges. Deine Möglichkeiten. Generell für alle gilt, dieses Leben ist eine Wanderung, eine Reise hin zu dir selbst. In dein ganzes Potenzial. In dein ganzes Lieben. Denn das ist dein größtes Potenzial, deine größte Macht. Und dieses Jahr 2014 ist ein sehr starkes Fokusjahr, wo die geistige Welt sagt, mit der ich seit 17 Jahren arbeite, unter anderem diesen Erfolg zu verdienen habe. Liebe jetzt da, wo du aufgehört hast zu lieben. Du, Mensch, kannst viel mehr lieben. Denn dieses Herz ist nicht nur ein Ort von Wissen, Freude. Es ist ein Generator für Liebe. Wir erzeugen Liebe. Wir empfangen nicht nur, so als Relaisstation, sondern dieses Herz kann Liebe erzeugen und in die Welt bringen. Du kannst Liebe in deine Firma bringen, in deine Abteilung. Du kannst Liebe in deinen Körper bringen und dich wieder mit ihm verbinden, anstatt ihn zu verurteilen. Veränderung, wie gesagt, mag dem Kopf und dem Kind in uns Angst. Wer dauernd an Sicherheit und Kontrolle denkt, und das tun sehr viele, das tut der normale Mensch, muss sehr viel Angst in sich haben. Nur wer Angst hat, möchte festhalten. Darum spür nach. Wo sehnst du dich nach Sicherheit, nach Kontrolle? Fünf Schritte der Verwandlung, die unserer Transformationstherapie zugrunde liegen, lade ich dich ein, anzuwenden in deinem Leben. Der erste Schritt ist nochmal, ich öffne mich dem Gedanken, dass ich Schöpfer bin. Übernimm deine Verantwortung für deine Schöpfungen und öffne dich dem Gedanken, dass du immer schon Schöpfer warst, bist und immer sein wärst. Du kannst nicht nicht erschaffen. Du kannst nicht nicht denken. Deine ganze Ausstrahlung, ohne jedes Wort, ohne ein Wort zu sprechen, veränderst du die Welt. Entweder nach unten oder nach oben. Wenn du morgens in die Firma kommst oder an deinen Arbeitsplatz, veränderst du sofort das Klima nach unten oder nach oben. Durch deine Ausstrahlung, durch die Energie, die du ausstrahlst. Verschlossenes Herz, offenes Herz. Verbindung, Verurteilung. Wertschätzung, Lob, Lächeln oder Arschloch. Und in jeder Begegnung, mit Mitarbeiter, Kollegen, Chef, Kunde, Lieferant, mit jeder Begegnung mit einem Menschen, sei es persönlich, per Blickkontakt, schon ohne Worte, per Telefon, per E-Mail, veränderst du die Welt. Runter oder hoch. Du entscheidest, in welcher Richtung. Je mehr Unfrieden du in die Welt bringst, bringst du die Unfrieden auch an deinen Arbeitsplatz. Dieser erste Schritt, ich öffne mich für die Verantwortung, für mein Schöpfertum, bringt dich, wenn du dich öffnest, aus dem Bewusstsein eines Opfers hinaus, katapultiert dich in das Bewusstsein eines kreativen, liebenden, bewussten Schöpfers. Das fühlt sich vollkommen anders an. Opfer ist immer mit Ohnmacht verbunden, mit Hilflosigkeit. Du denkst, du wärst das Opfer deiner dich mobbenden Kollegen. Kommen wir gleich mal zurück. Ohnmacht entsteht, weil ich glaube, dass andere die Macht hätten über mich, dass das Leben dich nicht nett behandelt, dass du Opfer des Lebens bist, der Umstände, des Schicksals. So etwas gibt es nicht. Es gibt keinen Zufall, kein Glück, kein Pech, nicht das, was wir gelandläufig unter Schicksal verstehen. Es gibt nur im Nachhinein meistens mit zeitlichem Abstand sehr logisch nachzuvollziehende Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die ich eben schon aufgeführt habe. Wenn du dich klein gemacht hast, wundere dich nicht, dass andere dir auf den Zeh treten und dich kleiner machen. Der zweite Schritt, das, was jetzt da ist, was sich in deinem Leben zeigt, in deinem Körper, in deiner privaten, bei deinem Sohn, bei deiner Tochter, bei deinem Partner, in deinem Körper, in deinem Auto, in deiner Firma etc. macht einen Sinn und will da sein, will angenommen werden. Das, was jetzt da ist, will angenommen werden. Heißt, anerkenne das, was jetzt da ist. Warum? Ganz banal, es ist schon da. Und was schon da ist, hat seinen Sinn und seine Berechtigung. Möchte nicht ignoriert und abgelehnt werden, sondern möchte wahrgenommen und angenommen werden. Das ist für den Kopf oft schwierig. Wieso soll ich etwas annehmen, ein Ja sagen zu etwas, was unangenehm ist? Weil es sich dann energetisch verändern kann. Wenn ich sage, ja, meine Kopfschmerzen dürfen jetzt da sein oder meine Einsamkeit oder mein Geldmangel darf jetzt da sein. Ich bin bereit, das anzuschauen und das nicht wegzudrängen. Nach dem Motto, das sollte nicht da sein. Es ist schon da. Ja, dann besteht die Möglichkeit, es zu verändern. Wenn ich sage, nein, dann ist zu. Dann kann es sich nicht verändern. Und alles, was du ablehnst, was da ist, zum Beispiel als Spiegel bei deinem Partner. Dein Partner verlässt dich, geht fremd, geht mit einem anderen Menschen ins Bett. Und du fühlst er als Opfer seines Fremdgehens. Kannst du machen, fühlt sich nur scheiße an. Zumindest noch mit Gedanken begleiten, wie ja, typisch, dass das mir passiert. Was hat die andere, was hat der andere mehr und so weiter. Machst dich noch zur Sau dabei. Was ist der Hintergrund, wenn du verlassen wirst? Die erste Frage, wie oft hast du dich verlassen? Wie oft bist du von deinem Herzen fremdgegangen? Sozusagen in den Kopf, Gedanken anderer um das Leben Friedens. Das ist auch ein Fremdgehen, dich verlassen. Mein Partner sollte nicht, er sollte nicht so viel trinken, höre ich immer wieder von Frauen. Doch, sollte er. Warum? Er trinkt. Und er braucht es. Vielleicht braucht er es morgen nicht mehr, aber heute braucht er es, wenn er säuft. Und die Frage für dich könnte sein, könnte es sein, dass du, ich sollte nicht so viel schlucken. Sehr viele Paare, er säuft, sie schluckt runter. Und macht die Schnauze, den Klappen hier auf. Ja? Sehr oft, das passt zusammen. Wie Topf auf Deckel oder Deckel auf Topf. Mein Sohn sollte nicht so aggressiv sein, sollte nicht so eine faule Sau sein. Sollte seine Schule zu Ende machen und nicht Gras rauchen mit 15. Wenn er Gras raucht, soll er Gras rauchen, weil er tut schon. Und wenn er von der Schule geht, soll er von der Schule gehen, wenn er tut schon. Dann kannst du als strenger, erfolgreich ehrgeiziger Vater noch so drohen mit Enterbung oder sonst was. Das wird ihn ziemlich kühl lassen, weil er kann nicht anders im Moment. Es muss einen Grund haben. Wo könnte der Grund liegen? Zum Beispiel in dem, dass dein Sohn oder deine Tochter etwas lebt, was du nie leben willst. Jetzt haben wir eine Polarität. Kommen wir zur rechten und linken Seite. Du hast gesagt, als Frau, zum Beispiel ihr Frauen, habt doch irgendwann mal zum großen Teil gesagt, ich möchte es anders machen als meine Mutter. Bitte mal aufzeigen, welche Frau kann sich an diese Entscheidung erinnern? 70 Prozent mindestens. Und was wolltest du anders sein? Das ist sehr wichtig, um zu verstehen. Wo wir ein Gesetz missachten. Du wolltest nicht schwach sein, nicht leidend, nicht ohnmächtig, nicht abhängig sein. Das wolltest du alles nicht sein. Du hast gesagt, ich mache das anders. Ich gehe in die männliche Richtung. Du hast die Männer angeschaut, die haben das Leid nicht. Und dann hast du gesagt, ich will nur stark sein, ich will nur stark sein, ich will nur stark sein. Und schwach sein, das habe ich meiner Mutter 15 Jahre erlebt, will ich gar nicht sein. Und das ist ein Verstoß, Jungs ähnlich, wenn du schwacher Väter hattest. Das ist ein Verstoß gegen ein Gesetz, was uns jetzt sehr, sehr schnell einholt mit seinen Folgen. Das Gesetz heißt alles, in jedem Energiesystem, jedes Energiesystem strebt nach Ausgleich, nach Balance. Und auf geistiger Ebene haben wir sehr große Unausgeglichenheit gewählt. Wir haben gesagt, ich will stark sein und ich will nicht schwach sein. Was du ablehnst, dem gibst du Energie, das ermächtigst du und das ziehst du an und das muss bleiben. In jedem Mann, in jeder Frau sind Stärke und Schwäche, darum haben wir zwei Beine, zwei Füße. Wir sind ein Wesen der Dualitäten. Warum haben wir so viel von zwei? Wir können ja so sagen, ne? Viele Zweiheiten, Dualitäten und das ist auf der geistigen Ebene genauso. Jeder Mann, jede Frau ist stark und auch schwach. Und wenn du sagst, nee, schwach sein will ich nicht, dann wirst du jetzt in diesen Jahren sehr schnell in die Schwäche gezwungen. Das Leben legt dich flach. Ob Burnout, Krankheit oder sonst was, Unfall oder sonst was. Ob beim Skifahren, Prellung, Zerrung oder Brüche oder beim einfachen Joggen oder Spaziergang. Und das hat einen Sinn. Das heißt, wenn dir einer stürzt, ein Knochen bricht oder sonst was, ist dem ein unbewusster geistiger Vorgang vorausgegangen. Der zum Beispiel hieß, das will ich alles nicht sein. Wie ist die Lösung? Dich eben öffnen für das, was auch in dir ist. Jeder ist auch schwach. Ich bin stark und ich darf auch schwach sein. Das ist das Männliche, die männliche Seite in Mann und Frau. Das ist die weibliche Seite in Mann und Frau. Diese Seite ist mit dem Vater verbunden. Heißt, alle Probleme an dieser männlichen Seite, rechten Seite, hängen mit höchster Wahrscheinlichkeit mit deiner Beziehung zum Vater deiner Kinder. Nicht mit dem alten Mann heute. Zum Vater deiner Kinder zusammen. Entsprechend das richte mit der Mutter. Du wirst immer wieder fündig werden. Und wenn wir gesagt haben, nein, ich möchte nur das sein. Ich möchte nur schlau sein, nur klug sein, nur fleißig sein zum Beispiel und nur ordentlich sein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in deinem Umfeld Menschen auftauchen, die das Gegenteil sind. Zum Beispiel deine Kinder. Wir haben das in Führungsetagen immer mehr. Sehr erfolgreiche Männer, in vielen deren Familien, Tochter oder Sohn, höchster Problem fallen. Große Probleme. Ihr Mütter kennt das auch von euren Töchtern. Ihr seid erzogen worden. Ich will ordentlich sein, ordentlich sein, ordentlich sein. Und wenn du sagst, ich will nicht unordentlich sein, was nicht der Wahrheit entspricht, guck mal in deine Schubladen, guck mal in deinen Keller, guck mal in deine Partnerschaftsprobleme. Viel Unordnung. Aber du willst es nicht sein. Dann sagt deine Tochter, okay, dann muss ich den Gegenwart spielen, ich bin dann die Unordentliche. Du, die ordentliche Mutter, ich, die unordentliche Tochter, die Schlampe. Dann hat das Familiensystem Ausgleich. Denn eine Familie ist genau, du hast einen feinstofflichen Körper, wo Balance herrschen will. Deine Partnerschaft, du und Partner ist ein feinstofflicher Körper. Mit Kindern ist ein größeres feinstoffliches System und jedem System möchte Balance haben. Auch deine Abteilung, deine Firma, deine gesamte Firma ist ein feinstoffliches System von fließenden oder weniger fließenden Energien, in dem Ausgleich herrschen möchte zwischen rechts und links. Das banalste Rechts-Links-Verhältnis besteht beim Einatmen, das ist das Männliche. Ich nehme Energie, ich habe Luft, ich habe Bock zu leben. Davon ist es abhängig. Und vertrauensvoll lasse ich das Alte los. In der Vertrauen, dass wieder was Neues kommt zum Einatmen. Ich habe eben gesagt, wie du atmest, so lebst du. Das ist ein großer Teil der Atemprobleme, weil dein Verhältnis zum Leben, dein Nein zum Leben, dein weniges Vertrauen, schlägt sich in deinem Atemrhythmus nieder und in deiner Atemstörung. Das heißt, wir können überall, ob am Körper, angefangen vom Atmen, von Schmerzen rechts und links, ihr habt eben gesehen, unterschiedliche Körper, bei Sohn, bei Tochter, im Partner, im Mitarbeiter, im Kollegen, alles das, was du da siehst und regst dich auf, und da regen sich ja viele auf, ist eine wertvolle Information für dich. Ich mache gleich bei den fünf Schritten weiter, kurzer Exkurs. Wenn dich irgendeiner aufregt oder irgendetwas Unangenehmes in dir auslöst, dann frag dich, stell dir drei Fragen. Erstens, welches Gefühl löst der andere, dein Chef, dein Kollege, dein Sohn in dir aus? Ich habe eben ein paar Gefühle aufgelöst. Ist es Angst, Unsicherheit? Ist es Ärger, Wut, Groll bis Hass? Ist es Kleinheit, Scham, Minderwertigkeit? Ist es Neid, Eifersucht? Und ich sage dir, das, was der andere in dir auslöst, verursacht er nicht, sondern er drückt einen Knopf und dann fühlst du dich halt wütend oder kleinmütig oder traurig oder ohnmächtig. Dieses Gefühl war schon lange seit deiner Kindheit in dir drin und dieser andere macht dir das Geschenk, dich auf dieses Gefühl aufmerksam zu machen. Auch wenn der Kopf sagt, so ein Arsch. Darum nenne ich ihn einen Arschengel. Der Kopf sagt, es ist ein Arsch und mein Herz sagt, jeder Mensch, der deine Knöpfe drückt, ist ein Engel, vom Leben dir geschickt und von dir angezogen, damit du aufmerksam wirst auf eine Unfriedensbaustelle. Frage zwei, was lehnst du an ihm ab? Welche Eigenschaft, welches Verhalten geht dir auf den Sack, auf den Geist? Was magst du gar nicht? Zum Beispiel die Unordnung der Tochter, zum Beispiel der faule Sack von Sohn. Faulheit magst du nicht, Unordnung magst du nicht, laute, arrogante Menschen magst du nicht, Menschen, die übergriffig sind, magst du nicht und so weiter. Schreib dir auf, was du nicht magst und dann frag dich, bin ich das vielleicht auch? Und unterfrage, habe ich mich vielleicht entschieden, das nicht sein zu wollen? Und noch unterfrage, kenne ich einen aus meiner Familie, der genau so war, der das gelebt hat, wo ich gesagt habe, so wie Mutter, Schwäche, will ich nicht. Dann kommst du dir auf die Schliche, wo du gesagt hast, das eine möchte ich, das andere möchte ich sein, ich möchte fleißig sein, ich möchte nicht faul sein. Dann kannst du Gift drauf nehmen, dass du in deinem Arbeitsumfeld einige faule Menschen begegnen wirst, über die du dich schwarz ärgerst, die genau dann, wenn die meiste Arbeit da ist, Urlaub machen und krank werden, damit du ihre Scheiße mitmachen kannst. Und dann bist du wieder an deiner eigenen Wunde gelandet, schon wieder so eine faule Sau. Der Kopf sagt, die Welt sollte gesäubert werden von faulen Säcken. Weil ich bin ja nur fleißig. Nein, du hast einen Verstoß gegen das Balance-Gesetz gemacht. Alles ist Balance. Schau mal, wenn du stabil in deiner Mitte bist, und die meisten sind aus ihrer Mitte gefallen, die stehen zwar noch auf zwei Beinen, aber feinstoffig sind sie aus ihrer Mitte gefallen. Das hast du gerade an den unterschiedlichen Körperhälften gesehen. Damit wir in unserer Mitte sind, gehst du wieder vom Körper auf, damit dieser Körper schön stabil steht, spürst du ein immer leises Schwingen von links nach rechts, selbst wenn du es nicht siehst. Keine steht, starb, so jetzt bleibe ich gut stehen, so steht keine Sau. Wenn du entspannt stehst, ist es immer ein Schwingen. Dein Körper ist ein Schwingungskörper. Es ist immer etwas von links nach rechts und von rechts nach links. Mach dir das klar, selbst in einem Hochhaus von 100 Metern Höhe ist es genauso. War öfter schon mal oben im Schockwerk, oder? Da siehst du, ganz leichtes Schwingen bis zu zwölf Meter Wolkenkratzer in New York oder zwanzig. Hin und her, muss man sich vorstellen, zwanzig Meter hin und her. Das ist Stabilität. Stabilität ist nicht Starrheit, sondern Schwingung. Pendeln von einem zum anderen. Und wir leben so, als würden wir montags morgens einmal einatmen und Freitag wieder ausatmen. Oder jeden Tag nur einatmen, aber nie ausatmen. So leben wir. Wir sind aus unserer Mitte gefallen. Wir haben uns verloren im einseitigen männlichen Denken und Machen und Machen und Denken und Denken und Machen. Was haben wir verpasst? Leben wir nicht. Das Nicht-Machen, das Nicht-Tun, das Dasein. Das einfache, bewusste, atmend, fühlende, genießende Dasein. Sei es in der Natur, sei es auf deinem Sessel, sei es in deiner Badewanne, sei es mit deinem Freundin, bei einem genussvollen Essen. Da sein, nicht Dicke, 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 Dicke. Ich will mal, wie oft du eben für dich, mit dir allein genussvoll sein kannst. Wer kann denn schon mit sich selbst allein sein und das auch noch genießen? Ja? Und da du es nicht machen kannst, wirst du dahin gezwungen. Zum Beispiel ins Krankenhaus im Bett, du bist auch nicht allein. Ja, diese weibliche Seite ist eben auch in unserer Firmen. Unsere Firmen sind einseitig männlich, nicht wegen der mangelnden Frauenquote oder wegen der Dominanz der Männer, sondern auch die meisten Frauen hier, hier und in den Firmen, sind meistens einseitig männlich geprägt. Ihr seid als Frauen, weil ihr die Weichheit, die Schwäche der Mutter abgelehnt und verurteilt habt, seid ihr seit 30, 40 Jahren ins männliche, in das männliche Pool gegangen, habt euch die Hosen angezogen, die ihr noch im Sommer tragt, viele haben die Kampfanzüge angezogen und geht kämpfend, durchhaltend durch die Welt. Und euer Körper besonders, der Körper der Frauen, zeigt euch das jetzt über das Thema Verhärtung und Schmerzen. Da ist bei Männern wie Frauen jetzt das Weichwerden angesagt, über das Fühlen, über das Wahrnehmen und das Annehmen dessen, was jetzt da ist. Übertragen im Sinne, in den Firmen ebenso, dort wird das Rationale, das Nicht-Emotionale, das Nicht-Das-Fühlen, denn hier ist das Denken und da ist das Fühlen. Hier ist das Anspannen, hier ist das Loslassen. Hier ist das Arbeiten und hier ist vielleicht das Spielen oder das Faulen, das Chillen oder was immer. Diese Rechts-Links-Polarität zieht sich durch alles, durch deine Freizeit, überall wo du bist. Und dieses Leben ist, wir sind da aus den Fugen geraten, heißt wir haben unseren Rhythmus verloren. Wenn wir als Einzelpersonen unseren Rhythmus und unseren Takt verloren haben, dann ist es kein Wunder, dass auch unsere Firmen ihren Rhythmus verloren haben und einseitig im Durchhalten, Druck machen, erreichen wollen, materiell orientiert sein, Gewinne machen und so weiter, da sind. Wenn der Mensch sich selbst nicht wertschätzt, warum erwartest du, dass dein Chef, dass deine Firma, dass dein Vorstand dich wertschätzt als Mensch und nicht nur als Arbeitsfigur? Macht gar keinen Sinn. Der Bewusstseinswandel in der Wirtschaft, in der ganzen Gesellschaft wird über den Bewusstseinswandel vieler Männer und Frauen stimuliert und gemacht werden. Das heißt, es ist ein Aufwachprozess hier für dich. Wie sieht es in der Firma aus? Da wird eben, oder schauen wir uns zurück in die Natur, da haben wir Rhythmus. Wir haben Jahreszeitenrhythmus, wir haben Tag- und Nachtrhythmus. Das ganze Leben ist ein fließendes und in Rhythmen sich abspielendes. Und wir sind als Männer und Frauen aus unserem Rhythmus gefallen. Früher war der Tag einer Familie mehr von Takt und Rhythmus geprägt. Vor 100 Jahren hat die Familie noch gemeinsam gefrühstückt. Da waren noch ein paar mehr Kinder, zehn Leute beim Frühstück. Mittags gefrühstückt, danach Ruhe. Dann wird er gearbeitet, abends gemeinsam gegessen. Allein das gemeinschaftliche, genussvolle Essen ist ein Taktgeber für den Tag. Was machen wir? Mindestens ein Drittel frühstücken schon nicht mehr. Wenn nicht die Hälfte. Aralshop. Geht ja auch im Auto, ne? Das ist ein Kulturverlust höchsten Ausmaßes. Denn dieses Viertelstunde bis halbe Stunde gemeinsam oder allein, wenn du Single bist, mit Genussfrühstück an einem schönen Tisch, das ist mehr als Nahrungsaufnahme. Das ist feinstoffliche Energieaufnahme. Das ist Lebensgenuss. Das ist Lebensfeier. Da fängt ein Morgen an, 16 Stunden Wachzeit, 17 Stunden bei vielen. Und du schmeißt dich rein ins Leben und bist im Denken und Denken stehst. Und du bist schon bei der Arbeit, im Auto bist du auch nicht dabei. Wir sind nicht da. Wir sind nicht präsent. Wir nehmen die Momente nicht da. Wir fallen aus dem Moment raus, aus dem Jetzt. Und wenn du vorstellst, nur im Jetzt, 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 kannst du auch besser im Nun sagen, findet das Leben statt. Nicht vor zwei Minuten, nicht in fünf Minuten. Nun. Das ist der einzige Moment, wie Eckart Tolle und Tick Nathan und andere dargestellt haben, wo Leben stattfindet. Und wir sind nicht da. Wir haben uns in Gedanken verloren. Und ihr Frauen macht euch Gedanken um andere. Ihr seid nicht bei euch. Ihr macht euch Gedanken um den Tochter, um den Sohn, um den Mann, vor allen Dingen um die Eltern, um die Schwiegereltern. Aber keiner hat euch gesagt, mach dir Gedanken um dich und sei bei dir. Und fühl dich. Spür, was dein toller, hochmedialer Frauenkörper dir sagt. Ihr habt auch tausend mehr Antennen als wir Männer, wenn ihr bei euch werdet. Das ist eine alte Tradition, inklusive mit dem Sorgen machen. Wenn ich bei einem anderen bin, ihr habt den ganzen Tag Gedanken, wo ist der Mann? Überleg mal, mach mal eine Strichliste für jede Frau. Beobacht dich mal ein paar Tage, mach eine Strichliste jedes Mal, wenn du an einen Mann denkst. Was meinst du für einen Strich, den du am Abend hast? Nicht fünf, nicht zehn. 30, 40, 50. So oft denken Frauen im Schnitt an ihre Männer. Hat er sein Butterbrot mitgemacht, geht er bei Obi vorbei, die macht so ein Mann, kommt doch wo pinkelig, hat auch Verdauung gehabt. Ihr kümmert euch um jeden Scheiß, Entschuldigung. Und uns Männern geht das mächtig auf den Sack. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Tradition. Und dann macht ihr euch Sorgen um jeden Furz, wie Mutter gemacht hat. Hast du auch genug gegessen? Du siehst so schwach aus. Ruf an, wie du angekommen bist. Weil dieses Sorgen machen ist einfach eine Unart von Tradition zu Ration von Frauen weitergegeben. Es ist eine geistige Umweltverschmutzung. Ja, nicht weniger. Denn eine Sorge ist eine verkappte Angst. Es sind die Angst der Frauen, die sagen, Sorgen ist Lieben. Sorgen hat mit Lieben nichts zu tun. Mach dir also klar, wenn du dir Sorgen machst, ist in dir, der Frau, es gibt auch Männer davon, ist Angst. Schau dir diese Angst an. Das ist wesentlich. Angst möchte bejahend gefühlt und verwandelt werden. Der Mann denkt auch nicht an die Frau. Er denkt meistens an die Arbeit. Der Mann hat noch weniger gelernt, für sich ein Liebespartner zu sein. Du brauchst keinen Partner. Nein. Wenn du etwas brauchst, dann ist das ein inniges, liebendes, bewusstes Verhältnis zu dir als Frau und Mann. Die Übernahme der Verantwortung für deine Vergangenheit, für deine Schöpfungen. Wie gesagt, zweiter Punkt, nimm das an, was jetzt da ist. Punkt drei der Schritte der Verwandlung. Nimm deine Urteile zurück. Erkenne, dass du geirrt hast. Vergebung nennen wir das. Vergebung heißt nicht, du warst eine blöde Sau. Ich will dir nochmal vergeben. Nein. Das ist eine erneute Verurteilung. Vergebung in meinem Sinne, so wie es in Kurs in Wundern von Jesus gelehrt wird. Sehr schönes Buch. Bisschen anspruchsvoll. Vergebung heißt, ich erkenne, ich habe mich geirrt. Ich habe gedacht, mein Mann müsste nicht trinken. Mein Vater hätte ein anderer Vater sein sollen. Meine Geschichte, das Leben hätte mich besser behandeln sollen. Nein. Das sind Irrtümer. Du kannst es dir vergeben, dem anderen vergeben. Vergebung heißt Urteile zurücknehmen. Und das ist ein sehr wertvoller Prozess, den ich jeden einlade, mit der Schlüsselperson, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Ex-Partner, Ex-Chef etc. zu gehen. Der Prozess der Zurücknahme der Urteile der Vergebung. Punkt vier, fühle deine Gefühle bejahend. Unterdrückst du nicht, lenk dich nicht davon ab, schiebst du dich unter den Teppich, sondern nimm dir Zeit, deine Gefühle bejahend zu fühlen und dadurch zu verwandeln, dadurch zu transformieren. Wann muss ich Schluss machen? Eine halbe Stunde, wunderbar. Gefühle können, und das haben wir nicht gewusst, wussten unsere Eltern nicht, das können heute Kinder. Ich habe vor einem Jahr eine CD rausgebracht für Kinder. Meine Gefühle werden meine Freunde. 3000 Kinder mindestens schon gemacht. Krieg Rückmeldung von Eltern, schönste Art. Ob Schulangst oder sonstige. Das Kind macht die drei, vier Mal verwandelt. Die kannst du auch als Erwachsener machen. Du begegnest hier deiner Angst, deiner Trauer, deiner Wut in Form eines Tieres, mit dem du Kontakt aufnimmst. Das Tier spricht zu dir, sagt, wie es heißt, sagt, was es will. Und es sagt, ich möchte dein Freund werden. Ich, das grüne Kogil namens Angst, möchte dein Freund werden. So kann ein 4-, 5-, 6-jähriges Kind, auch natürlich 10-, 12-, 13-, 14-jähriges Kind, kann bewusst liebenden, fühlenden Kontakt mit seinem bisher abgelehnten Gefühl aufnehmen. Und das möchte ein Gefühl. Dein Gefühl möchte dein Freund werden. Möchte einfach sagen, ich bin dein Baby. Du hast mich mit drei, vier, fünf, sechs Jahren erschaffen und dann hast du mich unterdrückt und hast mich immer mehr genähert mit deinen komischen, angstmachenden Gedanken. Ich habe dir gedient, ich bin deine Angst. Und es ist doof, weggeschickt zu werden, wenn ich dir gedient habe. Ich bin dein Baby und ich möchte genau das, was jedes Baby möchte. Ich möchte angenommen, geliebt werden und durch deine Liebe, durch deine Annahme und dein Bejahen, das Fühlen, durch Fühlen der Angst kann ich gehen. Gehen heißt, ich kann höher schwingen. Durch diese vielen Meditationen, Frieden mit meinem Arschengel, Vater und ich, Mutter und ich, negative Gefühle in Freude verbanden, meine Gefühle werden meine Freunde und viele andere, öffnest du dein Herz für das bejahende Fühlen eines Gefühls und dadurch, dieses Gefühl ist eine Energie niedriger Schwingung. Angst, Wut, Schmerz ist eine niedrige, nicht Schmerz streicht das, Angst, Wut, Scham etc. ist eine niedrige Schwingung. Freude, Liebe ist eine Hochschwingung und alles strebt nach Liebe. Alles sehnt sich, auch deine Gefühle nach deiner Liebe und dann verandelt sich Angst in Freude, Wut in Freude. Es wird hochtransformiert. Probier es aus, wir werden es gleich nochmal machen. Punkt 5, triff eine neue Wahl. Punkt 5, der 5 Schritte der Verwandlung, triff eine neue Entscheidung. Entscheide dich bewusst, was du leben willst. Es gibt einige bewusste Entscheidungen zu treffen. Bisher hast du dich immer entschieden, nur unbewusst. Nochmal, all das, was du bisher erlebt hast, ist das Ergebnis deiner Entscheidung. Übernimm die Verantwortung, wie gesagt, mach die anderen Schritte und komm dazu, sag, so was könnte ich mir entscheiden. Du könntest entscheiden, dich, dein Frau sein, Mann sein, dein Herz, alles, was du in dir spürst, in den Mittelpunkt deiner Aufmerksamkeit zu stellen und dich darum zu kümmern, dann belastest du nicht wieder die Umwelt. Du könntest ja entscheiden, die Liebe und das Lieben ins Zentrum deines Lebens zu stellen. Schau, welche Entscheidung dein Herz treffen mag. Nochmal, in deinem Herz ist alles drin für ein glückliches, erfolgreiches Leben. Dazu bedarf es halt, solche Ängste, Scham, Schuld, Kleinheit, Dinge, Jahren zu fühlen und desto offener wird dein Herz, desto mehr Kontakt hast du dazu. Dazu brauchst du wiederum Zeit, Ruhe, Stille, Phasen des Nach-Innen-Gehens, denn wir sind hier im Westen einseitig auf Materie gepolt. Uns hat gesagt, du musst viel dienen, viel tun, viel tun, dann hast du was, dann bist du was. Dann kannst du eine Million haben. Aber du kannst dich nicht daran erfreuen. Und selbst wenn die meisten Leute hier in Deutschland, Lottomillionäre von zehn Lottomillionären, verlieren neun das im ersten Jahr und vier bis fünf haben tierische Schulden. Wie kommt denn das? Weil sie nicht bereit waren, Fülle zu halten, weil sie es selbst nicht für Wert halten. Energie halten ist etwas Wichtiges, kannst du nur, wenn du bei dir bist. Ob eine Million im Konto oder deine Freude zu dir, heißt Energie halten, bei dir sein. Das ist eine Kultur. Und auch was das Berufliche angeht, den Erfolg, möchte ich abschließen mit einem Zitat von Safinid Jaya, aus ihrem schönen Buch, die Stimme des Herzens hören. Dort hieß es, kümmere dich nicht um Geld, im Sinne von, mach dir keine Sorgen, wo das Geld herkommt. Kümmere dich nur um die wesentlichen Dinge. Und die wesentlichen Dinge sind die, die dir wirklich am Herzen liegen. Tu nichts des Geldes wegen, Klammer auf, um zu. Sondern tu all das, was dir wirklich am Herzen liegt und tu es ganz und nicht halb. Wenn du radikal diesen Weg gehst, kommt Geld. Geld und Herz und Liebe hängen engstens zusammen. Nur wenn die Liebe und das Herz dabei ist, kannst du das Geld und die Energie halten. Das heißt, wir haben jetzt einen großen Paradigmawechsel in Bezug auf die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Geist. Zwischen Geist und Bewusstsein. Bewusstsein und Sein heißt, dieser Weg zum Herzen ist jetzt keine ganz freiwillige Veranstaltung mehr. Sondern der freie Wille des Menschen ist jetzt soweit eingeschränkt, dass diese Bewegung jetzt der Transformation des Hörschwingens stattfindet. Ob du da mitmachen willst oder nicht. Das soll keine Drohung sein, sondern als ein Segen, eine glückselige Botschaft, dass wir jetzt in diesen Jahren ein altes Zeitalter beenden. Das Unzeitalter des unbewussten Normalmenschen. Und jetzt in ein neues Zeitalter mit sehr großen Schritten gehen. Und das ist das Zeitalter des Goldene, der Liebe. Das, was schon mal auf der Erde war, mancher weiß es, Stichwort Lemurien, später Atlantis. Das machen wir jetzt neu und nochmal und diesmal klappt es. Da ist dieses Kristalline, Kristallbewusstsein, man nennt es auch Christusbewusstsein, das Bewusstsein des Alleinsseins, des Allverbundenheit. Das erwacht jetzt wieder in den Herzen der Menschen. Und das wird keine Firma auslassen, keine Ehe, keinen Körper, nichts auf der Erde. In diesem Sinne wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Nicht, weil alles zusammen geht im Außen, was einige immer gehofft oder befürchtet haben. Sondern die Veränderung der Welt geschieht über den Umbau der feinstofflichen Körper und das Öffnen des Herzens der Menschen. Und was du in Firmen und Partnerschaften vorfindest, das sind nur die Auswirkungen davon. Die Quelle ist hier und nirgends sonst. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank.